Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde des Ernst-Bloch-Zentrums. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten Veranstaltung innerhalb unseres Schwerpunktprogramms Hoffnungslos, Fragezeichen über Krise und Utopie. Die Ursachen der Hoffnungslosigkeit werden heute Abend bei unserem Talk bei Bloch diskutiert unter dem Stichwort Kältestrom, einem Konzept, das Ernst Bloch in seinem Werk Erbschaft dieser Zeit und dann auch im Prinzip Hoffnung ausgeführt hat. Ich begrüße heute Abend von den politischen Funktionsträgern in Ludwigshafen, Herrn Hans-Uwe Daumann, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Ich begrüße auf dem Podium unsere Gäste, Herrn Professor Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klima-Folgenforschung, Herrn Dr. Simon Teune vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin und den Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Herrn Dr. Philipp Müller, der momentan an der Universität Mannheim eine Professur vertritt. Ich freue mich, dass Herr Brands, Herr Dietrich Brands, wieder einmal als Moderator bei uns im Einsatz ist. Er ist beim SWR Hörfunk Redaktionsleiter bei der Kultur und er wird auch die Podiumsgäste noch ausführlicher präsentieren. Ich denke, Sie haben gesehen, dass wir aufzeichnen heute Abend und darf Sie darauf hinweisen, aber nochmal explizit, der Film wird dann geschnitten und später auf dem YouTube-Kanal des Ernst-Bloch-Zentrums zu sehen sein. Und ich danke für die bewährte, gute Zusammenarbeit der Firma Region 2 Filmproduktion in der Person von Herrn Ralf Herrmann an der Kamera und der Firma Bunker Events in der Person von Herrn Dennis Bossert, der für den Ton verantwortlich zeichnet. Ich danke schließlich meinem Team hinter den Kulissen und vor den Kulissen und aus dem Team besonders Frau Nathalie Kunter, die Dame, die hier in der ersten Reihe sitzt, die ihr wissenschaftliches Volontariat bei uns macht. Und sie hat diesen Themenschwerpunkt hoffnungslos über Krise und Utopie wesentlich entwickelt und organisiert. Ja, ich freue mich auf einen garantiert anregenden Talk bei Bloch live. Am Ende des Talks sind auch Fragen aus dem Publikum zugelassen, bei dem ich Sie bitte, bei diesen Fragen abzuwarten mit dem Sprechen, bis das Mikrofon da ist, weil wir sonst Ihre Frage verpassen für die Aufzeichnung. Und dann ganz am Ende, nach den Fragen aus dem Publikum, findet ein kleiner informeller Umtrunk bei uns noch statt, im hinteren Bereich, zu dem wir Sie jetzt schon einladen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, herzlich willkommen zu diesem Kältestrom. Frau Amodeo hat es schon gesagt, eine Metapher natürlich von Ernst Bloch, wie könnte es anders sein, in diesem Hause hier eine Metapher, die er zuerst verwendet hat für seine Analyse des Faschismus beziehungsweise des Aufstiegs des Nationalsozialismus und dann auch im Prinzip Hoffnung. Und ich sage noch kurz was dazu, weil ich glaube, das wird uns heute Abend auch nochmal beschäftigen. Kältestrom ist ein Naturbild, das man nur ganz versteht, wenn man auch den Gegenbegriff dazu ins Spiel bringt, den Wärmestrom. Damit hat Bloch das große Ganze der Utopie gemeint. Das Inmöglichkeitseinde, so hat er es ausgedrückt, jene Heimat, in der sich der Mensch der Welt nicht als zu einem Fremden verhält. Also die Welt nicht wie etwas Fremdes behandeln, das ist ja letztendlich, wenn ich das so grob zusammenfassen kann, in Gegenwart eines Klimaforschers auch das Prinzip der Ökologie. Kältestrom dagegen ist für Bloch das Nachmöglichkeitseinde. Die kalte oder die kühle Analyse zum Beispiel von ökonomischen Ressourcen oder politischen und gesellschaftlichen Tendenzen. Heute könnte man noch hinzufügen auch von drohenden oder absehbaren ökologischen Desastern. Also insgesamt eine Gegenwartsanalyse ohne einen Wärmestrom, der die Richtung des Wünschenswerten vorgibt, hat Bloch gemeint, sei diese kalte Analyse aber wirkungslos. Ich hoffe also, dass wir heute Abend neben dem Kältestrom auch ein bisschen in den Wärmestrom eintauchen und darüber sprechen können, dass wir dem Katastrophischen entgegensetzen können. Das machen wir mit drei Gästen, die ich Ihnen jetzt ganz gerne kurz im Gespräch ein bisschen vorstellen möchte. Simon Teune, in der Mitte hier platziert, ist politischer Soziologe, Gründungsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung, beschäftigt sich also auch stark mit Inhalten sozialer Bewegungen für und auch gegen Klimapolitik, also auch die rechten Bewegungen. An der FU in Berlin, an der Freien Universität, sind Sie auch gerade in einem Sonderforschungsbereich tätig. Da hat die Überschrift intervenierende Künste oder künstlerische Interventionen. Ich denke da zum Beispiel an ein Theaterstück von Thomas Köck, Vorcast Oedipus. Da gibt es, wie im antiken Drama Oedipus auch, den Seher Theresias, aber mit dem Unterschied, dass er hier, wie eigentlich ein guter Klimaforscher, die Zerstörung der Erde durch unser aller Verhalten, also eben den Planetenverbrauch, vorhersieht, wogegen sich dann wiederum ein Chor der Wohlstandswutschnaubenden wehrt. Das wäre so ein Beispiel aus dem Theater, das mir einfiele, aber ich weiß, Sie beschäftigen sich natürlich auch stark mit bildenden Künsten, um einen kleinen Einblick in Ihre aktuelle Forschungsarbeit zu kriegen, Herr Teune. Wo gibt es denn so etwas wie intervenierende Künste auch in der bildenden Kunst? In der bildenden Kunst, damit beschäftige ich mich gar nicht in erster Linie, sondern eher mit performativen Künsten und mit der Musik. Und für mich ist ein ganz tolles Bild, was auch die gesellschaftliche Funktion von Kunst und auch in dem Kontext, in dem wir heute Abend hier sprechen, sehr sinnfällig macht, nämlich eine Aktion der Gruppe Lebenslaute, wo ich im letzten April war. Die haben in Berlin auf der Autobahn A100 ein Konzert gegeben. Also die haben eine Demonstration da angemeldet, haben das auch vor dem Verwaltungsgericht durchgeklagt, dass sie das machen dürfen. Und die haben sozusagen einen Moment der Schönheit geschaffen in einer Umgebung der Zerstörung. Man konnte auf die Autobahn drauf, man hat die Vögel zwitschern gehört. Und Felix Mendelssohn war toll, die ist Abschied vom Walde. Und das ist das, was Kunst leisten kann, dass sie nämlich tatsächlich die Möglichkeit von einer ganz anderen Welt offen hält, dass sie einem bewusst macht, dass sozusagen so wie die Welt ist, sie nicht sein muss, dass sie auch ganz anders sein könnte, dass sie die Menschen auch dazu bringt, sich damit zu beschäftigen, sie mobilisiert auch, sich dafür einzusetzen, dass sie anders wird. Und das verbindet jetzt gerade meine beiden Forschungsobjekte, die Proteste und die Künste. Also das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, Herr Thörne, ist etwas, was Hoffnung macht. Nun steht bei uns im Titel natürlich auch die Hoffnungslosigkeit. Ein Gefühl, das viele haben angesichts dessen, was mit der Klimakrise droht. Klimaangst ist, glaube ich, auch gerade ein Begriff, der dabei ist, ein psychologischer Fachbegriff zu werden und auch in der Klimabewegung stark diskutiert wird. Das würde ich Sie jetzt gerne zu Beginn noch kurz fragen, um auch in den anderen Teil, nämlich der Bewegungsforschung, einen kleinen Einblick zu bekommen. Wie wirkt sich denn diese Hoffnungslosigkeit aus auf das Verhalten oder auch vielleicht sogar das Wahlverhalten oder die Einstellungen derer, die davon betroffen sind? Und wenn man damit beginnen möchte, gibt es einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Generationen? Ich würde sagen, es gibt gerade so zwei Quellen von Hoffnungslosigkeit, die die Protestlandschaft in Deutschland jetzt prägen. Das eine ist die ökologische Katastrophe, die Klimakatastrophe und damit verbunden auch die Wahrnehmung, dass die Regierungen versagen im Umgang mit der Klimakrise, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen, dafür die richtigen Antworten zu finden, also die Regierung stellvertretend für die Menschheit insgesamt. Das ist natürlich eine Quelle von Hoffnungslosigkeit, die die Menschen immer wieder auf die Straße gebracht hat in Deutschland. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch sozusagen eine Perspektive, eine Quelle von Hoffnungslosigkeit, die verbunden ist mit der Angst vor dem Verlust von etwas, das man als sicher angenommen hat, sozusagen ein Verlust an Gestaltungsmöglichkeiten, die Wahrnehmung, dass sozusagen die Regierung oder irgendwelche im Dunkeln wirkenden Kräfte einem die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, die eigenen Freiheiten nehmen. Und das sind sozusagen Mobilisierungsprozesse, die zu Bewegungen wie Pegida geführt haben oder zuletzt eben auch den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Und da gibt es sozusagen, also im Grunde genommen stimmt es nicht ganz, weil wenn die Leute hoffnungslos wären, dann würden sie nicht auf die Straße gehen. Diese Proteste sind gerade Ausdruck davon, dass sie Hoffnung haben, dass sie selbst noch was dran drehen können. Und das, wie gesagt, ist sozusagen die Funktion von Protesten immer, auch diese Hoffnung auch zu kanalisieren und den Menschen auch eine Möglichkeit zu geben, die Hoffnung auch in die Tat umzusetzen. Und kleine Nachfrage noch dazu, gerade bei der jüngeren Generation, das weiß man mittlerweile aus Umfragen, bei den unter 25-Jährigen, da teilt sich das gewissermaßen. Die einen gehen sozusagen Richtung Klimabewegung, Fridays for Future, und die anderen gehen aber eher Richtung junge Alternative und ins rechte Spektrum. Ist das auch eine soziale Bewegung? Die junge Alternative würde ich nicht als soziale Bewegung bezeichnen, aber sie ist natürlich Teil von einer sozialen Bewegung von rechts, die eine ganz andere Wucht hat, als das in den 80er, 90er Jahren der Fall gewesen ist. Also auch da gab es Proteste von der NPD, die aber sehr stark sozusagen den klassischen Nationalsozialismus gefeiert haben. Und heute hat sich diese Bewegung sehr stark verändert. Sie ist sehr stark anschlussfähig geworden, auch für Menschen, die gar nicht klassischerweise jetzt sozusagen das komplette rechtsextreme Weltbild teilen, sondern die eben das Gefühl haben, dass sie den Anschluss verlieren, dass sie nicht gehört werden. Und insofern würde ich das durchaus auch als eine soziale Bewegung bezeichnen. Ja, da gab es einen Streit drum in der Forscherlandschaft. Aber der ist schon eine Weile her. Allerdings ist es schon eine Weile her. Das ist bei den 90ern. Genau. In den 90er Jahren gab es sozusagen die Kolleginnen von mir, die versucht haben, das Konzept sozialer Bewegung zu verteidigen für progressive Bewegung und zu sagen, dass sozusagen die extreme Rechte nicht als soziale Bewegung eingeordnet werden darf. Aber ich glaube, die Stimmen sind mittlerweile deutlich leiser geworden, weil einfach die Ähnlichkeiten in den Funktionen und auch in den Vernetzungen so augenfällig sind. Und da spielt ja das Klimathema wiederum auch eine große Rolle und darüber werden wir sicher sprechen. Auch mit Philipp Müller, Kommunikationswissenschaftler, Professor an der Universität in Mannheim. Sie beschäftigen sich unter anderem mit rechten Tendenzen, auch mit rassistischen Stereotypen und wie diese die Gesellschaft verändern, vor allem auch durch Formen der Kommunikation, gerade natürlich auch durch den Medienwandel im Internet, durch soziale Medien ganz stark. Betrifft auch wiederum natürlich Diskurse zum Klimawandel, ganz stark auch auf dem Spektrum, auf dem rechten politischen Spektrum, die Kommunikation der Klimaleugner. Da beschäftigen Sie sich unter anderem, haben viele Themen, aber unter anderem auch mit psychologischen Mechanismen, Herr Müller. Welche sehen Sie denn bei diesen medialen Kommunikationen der Abwehrhaltung gegen Klimapolitik? Welche psychologischen Mechanismen? Ja, ich würde sogar sagen, der psychologische Grundmechanismus sowohl bei der Antiklimawandel-Bekämpfungsbewegung, bei den sogenannten Klimaleugnern, wie auch bei der eigentlichen Klimabewegung, die also sich dafür einsetzt, dass der Klimawandel aktiv bekämpft wird, ist erst mal eine gleiche Grundtendenz, nämlich Verlusterversion. Also ich glaube, das ist eben auch schon mal ganz kurz angeklungen, dass das so eine menschliche Grundhaltung sozusagen ist, Angst zu haben, etwas, nämlich den Status quo, den eigenen Besitztum verlieren zu können. Und die Frage ist sozusagen, worauf richtet sich diese Verlusterversion? Also einerseits haben wir diese parallele Grundmotivation und andererseits dann aber vielleicht andere Objekte sozusagen, auf die sich diese Verlustangst kanalisiert. Und eben in der Klimabewegung ist es dann mehr die Angst vor dem Verlust der ökologischen Lebensgrundlage unserer Spezies, wenn man so will. Und in der rechten Bewegung, oder vielleicht kann man darüber streiten, instrumentalisiert diese rechte Bewegung auch eigentlich primär diese Angst, die letztlich in einem vielleicht eher konservativen, bürgerlichen Milieu, was aber nicht unbedingt direkt rechtsextrem sein muss, vorhanden ist, nämlich Verlust von materiellem Besitztum, Verlust von gewohnten Lebensweisen, beispielsweise zweimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, also kurzfristige Verlustängste. Das ist dann so wie in diesem erwähnten Theaterstück von Thomas Köck, das natürlich noch einen Untertitel hat, nämlich Living on a Damaged Planet, Oedipus, Forkast Oedipus. Da gibt es diesen schon genannten Chor der Wohlstandswutschnaubenden. Und dieser Chor der Bank natürlich darum, den verdienten Wohlstand zu verlieren und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass alles so bleibt, wie es ist, vom Diesel bis zur Bratwurst. Und das ist dann der Typus, den Sie da im Blick haben. Genau. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass Menschen, die so denken, per se rechtsextreme Menschen sind, sondern ich würde sogar eher behaupten, rechte Bewegung fahren verschiedene Kommunikationsstrategien an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Diskurses, aber auch des gesellschaftlichen Lebens und versuchen quasi Andockmöglichkeiten an unterschiedliche Unzufriedenheiten in unterschiedlichen Milieus zu bieten. Und das ist eine Andockmöglichkeit, die sozusagen dann eine rechte Bewegung im Moment versucht sozusagen aufzumachen. Diese Klimawandelleugnung beziehungsweise vielleicht auch das Beharren darauf, dass, selbst wenn man anerkennt, dass dieser Klimawandel existiert, das Beharren darauf, dass beispielsweise auf nationaler Ebene allein endlich bekämpft werden könne. Da müssten die anderen Staaten ja mitmachen, die viel größer sind und einen viel höheren CO2-Ausstoß haben und damit sozusagen eine Entschuldigung für die Untätigkeit zu liefern. Ja, aber diese gewisse Veränderungsresistenz, die hat ja zum Beispiel die AfD Brandenburg Anfang dieser Woche gezeigt. Am Montag haben die ihr Programm verabschiedet nochmal für den Wahlkampf, für die Landtagswahl in Brandenburg. Und da steht ganz eindeutig drin, dass sie, sollte die AfD Brandenburg dort an die Regierung kommen oder die Mehrheit erhalten, das Pariser Klimaabkommen auf jeden Fall kündigen wollen, keine Windräder mehr bauen wollen, schon gar nicht in den Wäldern und auf gar keinen Fall mehr Solaranlagen auf Wiesen. Also veränderungsresistent, so könnte man es dann doch irgendwie zusammenfassen. Ja und natürlich auch überspitzend, also polemisierend. Das sind natürlich Maximalforderungen, die man eigentlich nur bei einer absoluten Mehrheit sozusagen erreichen oder durchsetzen könnte. Und solange man sie nicht durchsetzen kann oder vielleicht auch gar nicht in die Situation kommt, sie durchsetzen zu müssen, weil man sowieso nicht die Perspektive hat, an der Regierung am Ende beteiligt zu sein, kann man natürlich solche polemisierenden Maximalforderungen formulieren sozusagen. Und dann, solange sie nicht umgesetzt sind, immer auf die anderen Parteien und Bewegungen zeigen und sagen, das ist deren Schuld, dass wir diese Maximalziele nicht erreichen können. Also das Wohlfeil ein Stück weit. Anders Levermann, ganz links aus Ihrer Sicht, ist von Haus aus Physiker, auch Professor für Physik in Potsdam und leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung Komplexitätsforschung. Und vor allem forschen Sie seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten auch zum Eisschild der Antarktis, also am entlegensten Teil der Welt, könnte man sagen, wo Menschen nur hin dürfen, wenn sie nachweisen können, dass sie dort forschen wollen. Trotzdem, obwohl es da kaum Menschen gibt, haben genau dort Geologen in allen Schichten Spuren oder man könnte vielleicht auch sagen Müll des Menschen gefunden. Daraus entwickelte sich der Begriff des Anthropozän, also dass der Faktor Mensch eigentlich die Erdgeschichte hauptsächlich mitbestimmt und man inzwischen natürlich auch viele vom Menschen verursachte zerstörerische Entwicklungen beobachten kann, die alle irreversibel sind, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die berühmten Kipppunkte, werden wir sicher auch noch darüber sprechen. Das sind natürlich Dinge, die stark zu diesem katastrophischen Bewusstsein beitragen, dass es gibt Kipppunkte, nicht mehr rückgängig zu machen, Biodiversität, Gletscherschmelze. Und sie wollen es aber genau dabei offenbar nicht belassen und haben ein Buch geschrieben, fast möchte ich sagen dagegen geschrieben, mit dem Titel Die Faltung der Welt. Und etwas überraschend ist, dass sie als Physiker und Klimaforscher oder für mich etwas überraschend zumindest, dass sie jedes Kapitel mit einem Zitat von Tom Waits einleiten. Den kenne ich eher so von Songs wie Waltzing Matilda und als Klimaexperte war er mir bisher jedenfalls nicht bekannt. Aber ich muss zugeben, jedes dieser Zitate, das Sie ausgewählt haben, Herr Levermann, trifft ziemlich genau einen Punkt. Ich greife mal eins heraus. Das heißt, das singt er in einem Lied, The Earth died screaming while I lay dreaming. So heißt auch das Lied, The Earth died screaming, die Erde starb schreiend, während ich da lag und träumte. Warum haben Sie das herausgegriffen, Herr Levermann, dieses Zitat und was verbinden Sie damit? Tom Waits meinte es in dem Lied ganz anders. Ich habe das also aus dem Kontext rausgenommen. Der ist tatsächlich einfach verliebt und die Welt umherum interessiert ihn nicht. Genau, deswegen, wie verstehen Sie es? Tom Waits? Ich verstehe es. In einem ganz anderen Kontext. Aber wie verstehen Sie es? Naja, wir machen tatsächlich natürlich nichts, nicht genug gegen den Klimawandel. Und das muss auch klar sein, dass das momentan noch der Fall ist und tatsächlich die Kältestromanalyse erstmal ist, dass wir zu wenig und zu langsam sind. Aber ich denke, wir können nachher auch oder vielleicht auch gleich zu den positiven Aspekten kommen, die nicht im Einzelnen zu suchen sind, also nicht im Individuum zu suchen sind, sondern tatsächlich im Strukturwandel, den wir in Europa einführen, den wir in Amerika einführen und so weiter. Also im Großen und Ganzen warten wir alle, dass die Welt gerettet wird und retten sie nicht selber. Ja, das ist das, was da drin steckt. Ein Late Dreaming, ja. Das zweite Überraschende an Ihrem Buch, auch für viele andere, etwas überraschend ist, dass Sie eine absolut positive Botschaft verbinden. Also Sie bewegen sich in einem Umfeld von lauter Negativszenarien. Haben auch gerade selber gesagt, natürlich das Problem ist, wir tun viel zu wenig, es ist alles viel zu langsam und trotzdem, wenn man Ihr Buch wirklich in einer absoluten Kurzform auf den Punkt bringen möchte, dann heißt die Botschaft, wir können das Klimaproblem in den Griff bekommen. Obwohl Sie das ja auch alles ausführlich beschreiben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass CO2 einfach nicht verschwindet aus der Atmosphäre, wenn wir es einbringen. Von drei Molekülen habe ich gelernt, bleibt eins im Ozean, zwei bleibt in der Atmosphäre und die bleiben da auch und die verschwinden da auch nicht, egal wie wir gegensteuern gegen die Erderwärmung und sie werden weiterhin das Erdklima erwärmen. Oder die Tatsache, die sich ganz speziell auf Ihr Forschungsgebiet in der Antarktis bezieht, bezieht dann zum Eisschild der Westantarktis, habe ich gelernt, sitzt anders als in Grönland, wo das Eis auf der Erdoberfläche, also auf einer Landmasse sitzt, sitzt das Eis in der Westantarktis natürlich auch auf einer Landmasse, aber unter Wasser und diesen Gebirgskamm, kann man sich vielleicht fast wie so ein Vulkantrichter oben vorstellen, schmilzt jetzt da weg und die Gefahr besteht, dass das ganze Ding kippt, im Meer versinkt und jetzt kommt ein maximales Negativ-Szenario, finde ich, nämlich allein wegen dieses Geschehens in der Antarktis, schreiben Sie, wird der Meeresspiegel weltweit um mehr als drei Meter steigen, das heißt, dann verlieren wir Hamburg, Shanghai, Calcutta, New York, Tokio und so weiter. Also in einem Umfeld solcher Negativ-Szenarien sagen Sie, ganz positiv, wir schaffen das. Was macht Sie so optimistisch, Herr Levermann? Naja, also wir können wirklich lange, lange darüber reden. Also das, ja, aber... Es kann der Ring vorlesen. Nee, 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 genau, ich muss aufpassen. Also es ist wie folgt, also die Westantarktis ist wahrscheinlich schon destabilisiert. Also ich habe, das war 2014, am Montag im Mai, da kam die Nachricht, kamen zwei Paper raus, die haben gesagt, die Westantarktis ist destabilisiert. Da war, einen Monat vorher war schon ein Paper rausgekommen, wo das auch gesagt wurde. Vorhergesagt wurde es 1978 das erste Mal, die physikalische Möglichkeit. Und das ist eins dieser Kipppunkte. Und damals habe ich tatsächlich eine halbe Stunde lang nur an die Wand gestarrt in mein Büro, weil ich, weil das das erste Kipppunkt ist, der erste Kipppunkt, den wir überschritten haben. Wir werden auch eine ganze Reihe von anderen Kipppunkten wahrscheinlich überschreiten. Grönland haben wir wahrscheinlich auch überschritten. Und so weiter nur, dass, also der Meeresspiegel ist eine Bedrohung für unsere Kulturerbe. Shanghai, Kalkutta, New York sind alle, also wenn wir, ich habe das Olaf Scholz schon ganz oft tatsächlich gesagt, dreimal schon in Eye to Eye, zweimal davon war er Oberbürgermeister von Hamburg. Ich habe gesagt, wer das Pariser Klimaabkommen aufgibt, gibt Hamburg auf, weil es tatsächlich so ist. Wir haben zwei, bei zwei Grad Erwärmung kriegen wir fünf Meter Meeresspiegelanstieg und dann ist Hamburg unter Wasser. Schön. Aber das ist ja keine Bedrohung der Menschheit. Das ist halt ärgerlich für Hamburg. Das ist ärgerlich für New York, Shanghai, Kalkutta. Aber da geht man dann halt weg und dann lässt man Hamburg halt zurück. Wir sind alle, glaube ich, aufgewachsen mit der Bedrohung eines atomaren Kriegs und damit einer vollständigen Zerstörung des Lebens auf der Menschheit. Der Klimawandel wird die Menschheit und auch das Leben nicht zerstören auf dieser Erde. Ich sage immer mit Absicht provokant gegen unsere Vegetationsforscher, es wird wärmer, es gibt mehr Regen und es gibt mehr CO2, alles super für Pflanzen. Das ist auch so. Das sagt die AfD übrigens auch. Ja, na Mensch, wir vergleichen. Aber was passiert und das ist eben das eigentlich Bedrohliche ist, wir haben einen exponentiellen Anstieg der starken Niederschlagsereignisse, der Hitzewellen und so weiter. Das heißt, Wetterextreme nehmen exponentiell stark zu und ich weiß nicht, wenn Sie das letzte Mal auf so eine E-Funktion geguckt haben, die sieht halt am Anfang so ein bisschen normal aus und man denkt auch, alles gut und dann hat die einen Knick. Ja, die geht so hoch und das ist übrigens das Gleiche, was mit dem Wirtschaftswachstum passiert. Wenn Sie drei Prozent Wirtschaftswachstum haben, brauchen Sie 90 Jahre, zum Beispiel die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dann sehen Sie, wie die, die Geld wachsen lassen konnten exponentiell mit drei Prozent oder irgendwas, wie die plötzlich abziehen von denen, die das nicht konnten. Aber das sind die sich selbst verstärkenden Systeme, aber die gehören ja zum negativen Teil. Und was macht Sie jetzt so optimistisch? Genau, ganz banal, Entschuldigung, dann werde ich auch schneller und höre auch auf. Wir haben in der Europäischen Union einen Emissionshandel, den alle doof finden, die da nicht drüber nachdenken, weil man so viel schlechte Pressewürdiger kriegt für den Emissionshandel. Der Emissionshandel ist fantastisch. Er funktioniert und hat mittlerweile, es gibt erst den ETS, der ging für Energieversorgung, Wärmeversorgung, für bestimmte Flugzeugarten und so weiter weiter drin. Und jetzt gibt es den ETS 2, der geht über Gebäude, Transport und so weiter. Und der im letzten Jahr, und da nebenbei waren die Grünen ganz wichtig, sonst sind die ja doof, aber da waren sie ganz wichtig. Nein, ich mache nur Spaß, ich will nur keine Partei bevorzugen. Wir haben das auf Europäischer Ebene, es ist durchgesetzt worden, dass wir 2039 auf Null Emissionen sind im ETS 1 und im ETS 2 2045. Das heißt, die Europäische Union hat beschlossen, auf Null Emissionen 2045 zu kommen und führt das jetzt gerade durch. Denn wenn sie kein Zertifikat für CO2 haben, dürfen sie auch kein CO2 produzieren, ausstoßen. Mittlerweile haben wir das sogenannte CBAM, Carbon Border Adjustment. Das bedeutet, wenn sie etwas einführen, zum Beispiel Stahl, der mit CO2 produziert würde, müssen sie das Geld, was es hier gekostet hätte, abführen, müssen sie das als Steuer bezahlen. Dieses ist meiner Auffassung nach eine Blaupause dafür, wie wir den Klimawandel lösen, aber auch wie wir dann später andere Nachhaltigkeitsprobleme lösen, wie zum Beispiel ein Plastikverbot einführen und irgendwann ein Rohstoffabbauverbot. Das klingt immer noch wie eine wahnwitzige Utopie, aber das müssen wir natürlich irgendwann machen, weil das eine, was man auf einem endlichen, man kann auf einem endlichen Planeten unendlich wachsen, meiner Auffassung nach, darüber können wir reden, aber man kann nicht unendlich Rohstoff abbauen, das ist sicher. Jetzt kommen wir langsam ins Zentrum Ihres Optimismus, habe ich den Eindruck, der auch mit dem Titel Ihres Buchs in Verbindung steht, die Faltung der Welt. Das ist jetzt ein Begriff, der zumindest für einen Laien nicht selbsterklärend ist. Für alle, die die Chaos-Theorie in- und auswendig können, ist völlig klar, was damit gemeint ist und ich glaube, wir müssen es kurz erklären, damit wir auch über das sprechen, was dann für Sie ganz zentral ist, nämlich die Grenzen, die damit verbunden sind. Das ist, gerade eben haben Sie gesagt, Unendliches ist möglich. Entwicklung, Wachstum, wie auch immer, aber eben immer innerhalb bestimmter Grenzen und die erste Grenze, die Sie setzen, ist Null Emission, CO2. Die zweite Grenze, die Sie setzen, ist Null Rohstoffverbrauch, Sie haben es gerade schon angekündigt, das wird kommen. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit Faltung zu tun? Ich denke an Origami oder irgend sowas. Ja, das ist auch ein bisschen Quatsch, das so zu nennen, aber das klingt poetisch, fand ich. Also aus der Chaos-Theorie ist es so, oder Mathematik, ich habe mich wirklich in Gebiete gewagt mit dem Buch, von denen ich keine Ausbildung habe und da entsprechend auch keine Ahnung und ich entschuldige mich bei allen Soziologen und bei allen Kommunikationswissenschaftlern dafür, wenn ich da in Gebiete, was die einzige Legitimation dafür war, dass die Mathematik tatsächlich alles transzendiert. Das heißt nicht, dass man mit der Mathematik alles lösen kann, aber um die kommt man nicht rum. Und es gibt unendliches Wachstum im Endlichen. Und zwar, es gibt unendliche Bewegungen im Endlichen, weil es unendlich viele Zahlen zwischen Null und Eins gibt. Gut, das ist jetzt die Mathematik, aber jetzt haben wir diese Grenzen, diese Null Emissionen und Null Rohstoff und innerhalb dieser Grenzen, da soll es dann auch sozusagen das Reich der Freiheit gehen. Genau. Also früher hatten wir Sklavenarbeit und dann haben wir gesagt, wir machen keine Sklavenarbeit mehr. Das war eine Grenze, die wir neu eingesetzt haben, eine, wie ich die nenne, Faltungsgrenzen. Und dann haben wir gelernt, innerhalb dieser Grenze uns weiter zu entwickeln. Das war am Anfang wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Nachteil für die Leute, die Sklaven hatten, würde ich mal wild behaupten, ohne dafür eine Beweise zu haben. Aber wir haben uns innerhalb dieser Grenzen frei bewegt. Und die Faltung entsteht immer dann, wenn ein System voran streitet, aber in einem endlichen Raum eingeschränkt ist. Dann faltet es seine Trajektorie, seinen Pfad zurück in den Raum und sucht nach neuen Lösungen. Das machen wir als Gesellschaft tatsächlich die ganze Zeit. Das macht man in der Kunst und Kultur, wenn man Neues erschafft, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir mit unserer Wahrnehmung überhaupt aufnehmen können. Ja, in der Musik können Sie nicht jede Frequenz hören. Sie können auch bestimmte Geschwindigkeiten nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, und trotzdem schaffen wir immer neue Musik, schaffen wir immer neue Kunst. Und in der Wissenschaft machen wir das auch. Wir sind begrenzt durch die naturwissenschaftlichen Gesetze und finden da drinnen immer neue Lösungen für alles Mögliche. Und das brauchen wir auch in der Wirtschaft. Das heißt, der Gedanke ist, wir sollen keine Angst vor Grenzen haben. Wir müssen Grenzen setzen, denn Grenzen sind tatsächlich Innovationstreiber, weil sie uns dazu zwingen, Neues zu entwickeln. Okay, und jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie setzen wir diese Grenzen? Also wissenschaftlich alles völlig klar. Wir brauchen das bis dann und dann. Null Emissionen, wir brauchen null Rohstoffabbau und so weiter. Und jetzt müssen wir ja aber in Demokratien in einen demokratischen oder gesellschaftlichen oder auch parlamentarischen Prozess einsteigen. Und jetzt kommen Sie natürlich als Soziologe und Kommunikationswissenschaftler dann wieder ins Spiel, weil das ist dann das Zentrum und wahrscheinlich die entscheidende Frage dabei, wie das geht. Und jetzt ziehe ich noch einmal kurz das Theaterstück von Thomas Köck vor Karst Oedipus, Living on a Damaged Planet und den Chor der Wohlstandswutschnaubenden, weil die wollen das natürlich auch. Die wollen mitbestimmen, die wollen mit darüber abstimmen, wie man Grenzen setzt, aber eben nicht, um sie zu bestätigen im Sinne, wie Herr Levermann es gerade ausgeführt hat, sondern eher, um sie auszuhebeln, so wie es die AfD Brandenburg Anfang dieser Woche beschlossen hat. Jetzt frage ich Sie mal als Spezialisten für Bewegungsforschung oder Protestforschung, Herr Teune und als Soziologen, kann man, soll man, muss man in einem demokratischen Prozess das riskieren, dass diese Grenzen ausgehandelt werden, obwohl sie aus wissenschaftlicher Sicht völlig klar sind? Das Problem ist ja, dass die Demokratie immer nur für Nationalstaaten funktioniert und also wir haben jetzt das Beispiel mit der EU, wo es diesen Mechanismus gibt, aber die Menschen, die in Deutschland darüber entscheiden, wie Gesetze gemacht werden, sind Deutsche, die einen deutschen Pass haben, die in Deutschland wählen dürfen, die über 18 sind oder über 16 jetzt bei den Europawahlen. Und das sind nicht die Leute, die von den Entscheidungen hier betroffen sind. Das ist das Problem. Also dass wir sozusagen die nationale Idiotie der Demokratie haben und dass eigentlich die Regeln, um die es geht, von allen Menschen, die davon betroffen sind, getroffen werden müssten oder alle darüber mitbestimmen müssten. Und dafür gibt es keinen Mechanismus. Und es gibt sozusagen keine Berücksichtigung der Interessen der Menschen, die in Bangladesch als erstes untergehen hier in Deutschland. Und in Deutschland gibt es weniger Interesse daran, diese Regelungen bald umzusetzen und zu einer schnellen Lösung zu kommen. Da kommen dann wieder soziale Bewegungen ins Spiel, weil die eben anwaltschaftlich genau diese Interessen zur Geltung bringen wollen. Aber sozusagen, das ist immer die Herausforderung von Demokratie, dass das eben in dem nationalen Rahmen erstmal nicht angelegt ist, dass diese Interessen berücksichtigt werden. Okay, sagen wir, wir machen es auf einem nationalen Level. Soll man es riskieren, ja oder nein? Es gibt ja gute Beispiele dafür, dass Menschen vernünftige Entscheidungen treffen können. Also die Bürgerräte, die es bis jetzt gegeben hat, zu klimapolitischen Maßnahmen, die haben ziemlich vernünftige Entscheidungen getroffen, die sind dann nur nicht umgesetzt worden. Also in Frankreich gab es ein Bürgerrat Klima, in Deutschland gab es ein Bürgerrat Klima. Das ist einfach in der Schublade verschwunden. Und das ist dann wiederum sehr frustrierend, wenn es sozusagen ein Instrument gibt, um die Logik der Parteien auf nationaler Ebene zu umgehen. Und wenn dann dieses Instrument nicht ernst genommen wird von den Leuten, die dann am Ende die Entscheidung innerhalb von unserem System treffen können, weil sie dafür gewählt worden sind. Also das wäre dann wie bei Rousseau so eine kleine Spannung zwischen der Volonté Générale, dem allgemeinen Volkswillen sozusagen und dem, was Volksvertreter dann umsetzen, ähnlich wie beim Tempolimit, wo die Sache ja eigentlich auch relativ klar ist. Es gibt eine Mehrheit dafür, aber es gibt kein Gesetz dagegen. Wie ist das denn mit den Kommunikationsströmen, Herr Müller, die sind ja möglicherweise auch problematisch, wenn ja jeder Bereich sein eigenes Framing im Grunde genommen durchsetzen möchte und in seiner eigenen Blase dafür meistens Zustimmung und Unterstützung bekommt. Das ist ja der nächste Punkt bei diesen Aushandlungsprozessen, über die wir sprechen und über die wir dann wahrscheinlich auch noch sehr viel detaillierter sprechen werden gleich. Aber wenn es um diese Grenzen geht, null Emissionen, null Rohstoff, da gibt es Filterblasen, da ist die Sache jeweils völlig klar. Wie findet der Aushandlungsprozess dann statt? Also das zielt jetzt so ein bisschen auf die Fragmentierung von Öffentlichkeit im Online-Zeitalter, Ihre Frage. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Punkt davor zu sprechen kommen. Ich denke, was man da analytisch schon voneinander trennen sollte, ist sozusagen der öffentliche Diskurs über ein Thema, wo eben dieser Volonté Générale in einem idealen Diskurs, wie ihn sich vielleicht Habermas vorgestellt hätte, formuliert werden kann als Aushandlung zwischen Argumenten und dann den politischen Entscheidungen, den politischen Handeln. Und das stellen wir ja immer wieder fest, dass das voneinander losgelöst ist. Es gibt auch ein Umkehrbeispiel zu dem Tempolimit, diese Teillegalisierung von Cannabis vor einigen Tagen in Kraft getreten. Da, wenn Sie sich Bevölkerungsumfragen anschauen, ist es genau umgekehrt. Da gibt es eine Mehrheit gegen dieses Gesetz, trotzdem ist das Gesetz gekommen. Das heißt also, dieses Pauschalargument, Regierungen würden sich fatalen lähmenden Mehrheitsmeinungen zwangsläufig durchbeugen müssen. Das ist, glaube ich, kein in Stein gemeißeltes Naturgesetz sozusagen, sondern es gibt durchaus eben auch genug Beispiele, wo Regierungen Gesetze verabschieden, die vielleicht dann im Sinne der Klimaforschung beispielsweise wären, von denen eine Bevölkerungsmehrheit noch nicht überzeugt ist. Also selbst als Kommunikationsforscher muss ich sagen, darf man eben diese kommunikative Konsensfindung sozusagen jetzt auch nicht zum heiligen Gral sozusagen machen. Das ist das eine. Der andere Punkt sozusagen, die Zerklüftung des öffentlichen Raums, die primär durch die Durchsetzung des Internets stattgefunden hat, das ist ein anderes Problem. Ich bin kein so großer Freund von dieser Filterblasenmetapher, die ist bei uns im Fach so ein bisschen umstritten, weil die suggeriert sozusagen, dass die Algorithmen das Übel wären. Das wird immer so assoziiert mit diesem Filterblasenbegriff. Die Algorithmen treiben uns da in homogene... Dann lassen wir den Filter weg, nehmen wir nur die Blasen. Genau. Also das sind Selbstselektionen primär, sehen wir in der empirischen Forschung. Also Menschen umgeben sich gerne mit oder begeben sich gerne in Kommunikationsräume, in denen wenig Widerspruch zu erwarten ist. Also auch an sich selbst verstärkendes System in gewisser Weise auf kommunikativer Ebene. Genau. Genau. Und also Widerspruchsfreiheit ist natürlich mit weniger Aufwand verbunden. Einerseits auf der persönlichen Ebene wird mein Selbstkonzept sozusagen bestärkt, indem ich andere finde, die die ähnliche Überzeugung haben wie ich. Und andererseits muss ich nicht meinen kognitiven Apparat anschalten und anfangen zu arbeiten und quasi Gegenargumente sozusagen mit Aufwand entweder entkräften oder ihnen zustimmen. Genau. Das sind dann die Triggerpunkte, von denen Ihr Kollege Steffen Mauer zum Beispiel spricht. Also da hat man zwei festgefügte Meinungen in sagen wir mal Blasen, Blöcken, wie auch immer, welche Metapher man wählen möchte. Und absolut überzeugt von der eigenen Ansicht, prallen aufeinander und ab geht's. Und dann fangen die Aushandlungsprozesse an. Und vielleicht frage ich jetzt mal nicht normativ, soll man, sondern ich frage vielleicht eher mal, was muss man überhaupt aushandeln? Was kann man aushandeln? Wenn ich mir das jetzt bei Ihnen anschaue, Herr Levermann, aus Klimaforschersicht und das mal rein sprachlich nehme, ist die Sache eigentlich geklärt. Weil Sie schreiben zum Beispiel, die harte Grenze, die uns das Klimasystem vorschreibt, ist die Null. Wir müssen runter auf Null Emissionen. Vorschrift. Genau. Also ich will nur noch mal genau das auch trennen. Klimaforscher fordern nichts. Und Klimaforscher diktieren auch nichts. Also ich höre das auch gelegentlich mal von Bewegungen natürlich, die 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 Wissenschaft verlangt, die Wissenschaft diktiert. Das tut sie natürlich nicht. Also, sondern wir haben uns im Pariser Klimaabkommen mit 195 Staaten dafür entschieden, dass wir nicht unter, dass wir weit unter zwei Grad globaler Wärmung bleiben wollen. Und Klimaforscher macht dann die Wenn-Dann-Aussage, wenn ihr das wollt, wenn ihr das normativ entschieden habt, dann müsst ihr auf Null Emissionen. So, das ist die Aussage. Und die ist tatsächlich hart. Und dann sagen Sie aber auch, es muss da ein klares Verbot geben. Das haben Sie vorhin schon eingeführt. Und das soll keine Angst vor verboten haben, haben Sie vorhin gesagt. Und also das muss verboten werden. Ich glaube, also kommunikativ haben wir wirklich was Schlimmes gemacht über wenigstens drei Jahrzehnte und haben das ganz im Sinne der FDP, die, ich wollte nichts über politische Parteien sagen. Immer das Problem zurück an die Bevölkerung gegeben, an das Individuum gegeben. Jeder Einzelne sollte das Klimaproblem lösen. Kein einzelner Mensch in Deutschland kann klimaneutral leben, es sei denn, er verabschiedet sich aus der Gesellschaft. Thüringen kann auch nicht klimaneutral werden, sondern Europa kann klimaneutral werden. Und das liegt daran, weil wir dafür Wind, Sonne brauchen und ein bisschen ist immer so groß wie so ein Land. Das heißt, wir brauchen mehrere Länder zusammen, damit an einer Stelle immer Sonne ist und an einer Stelle immer Wind ist. Deswegen haben wir Konzepte für Europa, wir haben Konzepte für China, für Nordamerika. Und das ist, glaube ich, kommunikativ falsch gelaufen. Und wir hätten, weil kein vernünftiger Mensch ist für Klimawandel, genauso wie kein vernünftiger Mensch für Artensterben ist. Das ist einfach nur, man ist für was anderes, was damit assoziiert wurde. Man fühlt sich nicht, das wissen Sie besser, aber die Gegenreaktion ist gegen etwas, was das bedeutet, was man machen muss. Und die, meiner Auffassung nach, existiert das nicht. Ich glaube, dass wir, wir müssen in 20 Jahren auf Null-Emissionen sein. Ich glaube, das können wir einfach machen, ohne dass das jemand mitkriegt. Naja, aber im Grunde genommen, es ist ja eigentlich die Sternstunde der Politik, weil es braucht dafür allgemein verbindliche Regeln. Und ich würde sagen, die Politik nimmt diese Aufgabe überhaupt nicht wahr. Also gerade, weil wir über Kommunikation gesprochen haben. Im Moment gibt es zwei Leute, die im Hungerstreik sind vor dem Kanzleramt, um den Bundeskanzler dazu zu bringen, auszusprechen, dass wir in der Klimakrise sind. Und das ist tatsächlich Teil des Problems, dass es keine ehrliche Kommunikation über die Situation gibt und was damit zusammenhängt, was sozusagen passieren muss. Es gibt auch keine Kommunikation darüber, dass das sozusagen ein Problem ist, mit dem wir sowieso alle zusammen drin hängen, also wo wir gar nicht rauskommen. Und die Tempolimits, die wären ja nicht nur eine Form, sozusagen im Verkehrssektor den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern das wäre auch ein Signal. Wir haben hier ein Problem und damit müssen wir umgehen. Das war 1979 in der Ölkrise, ging das innerhalb von zwei Wochen. Da gab es Fahrverbote am Sonntag, um zu zeigen, das Öl ist alle oder es wird alle, wenn wir einfach so weiterfahren und wir müssen da was unternehmen. Das ist eine Form von politischer Kommunikation gewesen. Das hatte natürlich auch den Effekt, dass weniger Öl verbraucht wurde. Aber es ging darum, zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Und solange das nicht stattfindet, können auch alle munter darüber diskutieren, was man jetzt von dem Heizungsgesetz denken soll oder nicht. Es gibt keine politische Führung in der Situation gerade. Und ohne die, würde ich sagen, verändert sich das Problem nicht. Also wir sind eigentlich noch die Seite des Prozesses, sozusagen des Aushandelns. Wenn ich das richtig verstehe, es fehlen Signale, es fehlt die Kommunikation, die Benennung sogar oder das Eingeständnis, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Und ich komme nochmal zurück auf die Frage, was kann man aushandeln, was kann man verhandeln, beziehungsweise wenn man erstmal den Rahmen oder die Grenzen setzt. Und da habe ich mir von Ihnen, Herr Levermann, doch den Satz gemerkt, es geht darum, richtig zu verbieten. Ja, also wir haben tatsächlich ganz viel Mikromanagement gemacht. Die ganze Umweltgesetzgebung ist eine von Grenzwerten, von kleinen Änderungen, wie zum Beispiel ein Tempolimit. Ich bin auch, ich bin total für ein Tempolimit, nur mal so for the record, sonst würde ich auch gekreuzigt zu Hause. Ah ne, das sagt man nicht, ne? Gesteinig sagt man auch nicht. Also egal, weil die Leute wären ärgerlich. Aber das Tempolimit ist ein bisschen ein Beispiel für eine Art, wie wir in der Vergangenheit viele Verbote oder zumindest Einschränkungen eingeführt haben, die nicht direkt das verboten haben, was wir nicht mehr wollen. Also ein Tempolimit, finde ich, sollte man einfühlen, weil es gefährlich ist, schnell zu fahren. Also wenn es direkt das Verbieten des schnellen Fahrens ist, weil das schnell fahren Problem ist. Und wenn man keinen Klimawandel will, dann muss man CO2 verbieten. Ich glaube, dass das vielleicht kommunikativ helfen könnte in der Zukunft, wenn wir nicht versuchen, indirekt Dinge zu machen. Ich glaube, dass viele Leute das Gefühl, aber das ist eine Spekulation natürlich, das Gefühl haben, dass Klima- und Umweltfragen ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und das ist der Gedanke mit diesem Großgeiligen verbieten. Und ich glaube, wir müssen ein paar Grenzen setzen. Und diese Grenzen sollte man aber sehr, sehr sparsam setzen und nur mit einem wirklich starken Hintergrund, sodass eigentlich die gesamte Gesellschaft sich dahinter stellen kann. So wie wir uns hinter die Menschenrechte gestellt haben, müssen wir irgendwann realisieren, dass dieser Planet endlich ist. Das ist sozusagen was, was wir nicht diskutieren müssen, weil das ist keine Frage. Das ist ein Fakt. Ja, aber dann kommt man ja zum nächsten Schritt. Und was muss man dann verbieten oder welche Grenze muss man setzen? Und da gibt es den Begriff des Bevormundungs-Dilemmas, in das man kommt. Man weiß eigentlich, was nötig ist, so wie Sie es jetzt beschreiben. Aber dann gibt es Leute, die fühlen sich bevormundet dadurch. Und das ist natürlich in der Demokratie irgendwann schwierig, könnte man jetzt sagen. Andererseits ist es natürlich auch wieder abhängig von Mehrheiten. Aber was haben wir denn gemacht? Entschuldigung, ich springe da rein. Aber was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht? Wir haben doch gesagt, guck mal, es ist doch viel besser, Fahrrad zu fahren, oder? Als Auto. Findest du das nicht auch? Da geht es dir doch viel besser mit. Und die Leute haben gesagt, nee, ich will Auto fahren. Und das darf ich auch nicht. Ich darf dem anderen nicht vorschreiben, was er eigentlich lieber mag. Dass er lieber vegetarisch ist als Dings. Ich kann aber sagen, das ist meine Atmosphäre genauso wie deines. Das ist mein Ozean genauso wie deines. Das ist dieser Almende-Gedanke, dieser Global Commons heißt es, Gedanke. Das darf ich. Ich darf sagen, du darfst meine Atmosphäre nicht verschmutzen. Du darfst mein Klima nicht ändern. Dazu habe ich das Recht. Und ich glaube, dass es da gar keinen Verhandlungsprozess gibt, wenn wir solche klaren Ergebnisse, weil wir haben ja nicht oft solche klaren Ergebnisse, aber wir haben klare Ergebnisse in Bezug aufs CO2. Wir haben ein ganz klares Ergebnis, dass wir wissen, dieser Planet ist endlich. Das heißt, wir können nicht unendlich Rohstoffe abbauen. Okay, also nicht Flüge verbieten, sondern die Verschmutzung durch Flüge verbieten. Und dann wird man sich schon was Alternatives, naja, Fahrrad fahren nicht unbedingt, aber vielleicht Flugzeuge mit E-Antrieb ausdenken. Das ist die Hoffnung, die Sie damit verbinden. Ist das dann auch ein Kommunikation? Entschuldigung, Herr Müller, bitte. Ich finde den Gedanken nicht schlecht, weil wenn ich sie richtig verstehe und auch was ich von Ihnen bereits gelesen habe jetzt in Vorbereitung des Abends, dann sind es ja primär Verbote, die sich auf das Marktgeschehen sozusagen richten. Also quasi das Handeln von Unternehmen sozusagen einschränken. Aber einzelne Personen, normale Bürgerinnen und Bürger spüren das im Prinzip dann als Kundinnen und Kunden dieser Unternehmen und nicht als, ja eben Gesetz, was sagt, man darf an bestimmten Tagen kein Auto fahren, wie jetzt polemisiert wurde oder nur eine bestimmte Geschwindigkeit fahren oder eben muss seine Heizung im Keller umbauen, weil ein Gesetz das vorschreibt, sondern quasi die Herangehensweise sozusagen der Vermittlung wäre dann eine innerhalb dieser Marktlogik, die wir jetzt ja alle nach Jahrzehnten des Lebens in einem marktwirtschaftlichen System sozusagen internalisiert haben. Es gibt beispielsweise kein Unternehmen mehr, was mir eine bestimmte Leistung anbietet. Ja, dann muss ich halt eine andere Leistung, die das substituieren könnte, bei einem anderen Unternehmen kaufen. Ich glaube, dass man da tatsächlich weniger Widerspruch oder weniger Widerstände in der Bevölkerung erzeugen würde, wenn man sich diese Marktlogik, die eben ja meiner Meinung nach allgemein sozusagen verinnerlicht wurde in der Bevölkerung, an der Stelle zunutze macht. Und eben nicht so eine, Sie haben es genannt, Mikro-Management, so eine Mikro-Ordnungspolitik, die dann eben oft, Heizungsgesetz, ein gutes Beispiel, in so einem kommunikativen Desaster endet, wo wir dann monatelang um dieses Gesetz kreisen, bis es wieder zurückgenommen wird und am Ende ist überhaupt nichts erreicht. Das scheint mir auch so, weil ich glaube eben diese Verlustängste, Wohlstandsverlust ist da ja immer das Stichwort, unter dem das so abgehandelt wird, die sind so stark und so beharrlich, dass wenn wir jetzt versuchen, Akzeptanz, erst mal kommunikativ Akzeptanz zu erzeugen für Einzelmaßnahmen, dann kommunizieren wir uns tatsächlich dann vielleicht irgendwie zu Tode. Sie sagen, jetzt ist keine Bedrohung für die Spezies, die Erderwärmung, vielleicht nicht ganz zu Tode, also übersteigertes Bild. Aber wir kommunizieren so lange, dass letztlich bis wir einen Konsens gefunden haben, was vielleicht ein bisschen paradox sein mag, dass ich das als Kommunikationsforscher sage, wir müssten eigentlich dann vielleicht dann doch irgendwie an bestimmten Stellen aufhören zu kommunizieren und von Regierungen mehr Handeln sehen. Dem würde ich aber auch tatsächlich aus meiner disziplinären Perspektive zustimmen. Also sowohl der Klimaforscher als auch der Kommunikationswissenschaftler sagen im Grunde genommen jetzt, Mikromanagement bringt uns nicht weiter, wenn ich es mal ganz schlapp ausdrücken darf. Also diese kleinen Regelungen. Und ja, irgendjemand muss jetzt was dagegen sagen, das mache ich jetzt mal und frage das natürlich, Herr Teune. Aber wir brauchen doch am Ende praktische Lösungen. Also wir brauchen ja Lösungen, die umsetzbar sind, um die einzelnen Schritte gehen zu können, die dann zu dem großen Ziel führen. Und die große Frage, die sich damit dann doch auch verbindet, ist doch, wie geht das sozial gerecht? Also im Moment sieht es ja ganz so aus im Individualverkehr zum Beispiel. E-Mobilität ist für alle, die wirklich vermögend sind, ein Kinderspiel. Und so sehen die Autos auch so aus. Also sind so ein bisschen steuerbegünstigte Statussymbole. Oder für Hausbesitzer ist es viel leichter, eine nachhaltige Heizung irgendwie zu realisieren. Als Vermieter kann man ein Solarding aufs Dach setzen. Die nächste Frage ist ja bei diesen Aushandlungsprozessen. Kriegt man das sozial hin und muss man dann nicht immer in die kleinteiligen Dinge doch hineingehen? Ich würde sagen, man kann das nur sozial hinkriegen, weil sonst nämlich tatsächlich die Leute wegbröckeln. Wenn sie das Gefühl haben, sie zahlen drauf, dann funktioniert das nicht. Also zumal es ja so ist, dass tatsächlich die Leute, die schuld sind an der Klimakrise, diejenigen sind, die Geld haben. Also wer Geld hat, der stößt CO2 aus mit seinem Lebenswandel und könnte entsprechend auch dazu beitragen, dass das in Zukunft anders reguliert wird. Also... Und das gilt nicht nur individuell, sondern für Weltregionen, für Länder und Wirtschaften und so weiter, ne? Genau, genau. Also diese... Das Problem ist eben, wenn man keine sozialen Funktionalität einbaut in diesen Transformationsprozess, dann hat man sehr schnell die Akteure, die das ausnutzen und die das sozusagen gegen den Transformationsprozess ins Feld bringen. Das sieht man ja bei der AfD schon, dass es darum geht, genau klimapolitische Maßnahmen so umzudrehen, als ging es darum, den Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das Klimageld ist eigentlich in so einer marktwirtschaftlichen Logik genau die Lösung dafür, dass die Leute am Ende des Jahres Geld überwiesen bekommen oder sozusagen weniger Steuern bezahlen. Aber selbst das gibt es ja noch nicht. Also... Die Leute zahlen im Moment für CO2, aber kriegen keinen Ausgleich dafür. Und wer war dagegen? Das ist jetzt unbeantwortet, damit das Publikum sich das selbst denken kann. Also Herr Linden hatte keine Zeit für das Klimageld, war beschäftigt, hat er gesagt zumindest. Er hat gesagt, man könnte den Deutschen kein Geld überweisen, weil man pro Tag nur 100.000 Überweisungen machen kann. Also irgendwie so eine sonderbare Begründung gab es. Ja, aber das läuft darauf hinaus zum einen auf ein konsensuelles Verhältnis zu den Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Also man muss einverstanden sein irgendwie damit. Und der zweite Punkt, den Sie jetzt aber genannt haben, Herr Thörner, das läuft doch darauf hinaus, dass es auch so etwas wie einen Vorteil dafür geben muss für einen persönlich oder zumindest keinen Nachteil. Ist das etwas, was vielleicht in der Kommunikation dann auch fehlt? Ich glaube, es muss nicht unbedingt, es müssen nicht alle davon profitieren, aber es muss sozusagen eine Erzählung geben, in die das eingebettet ist, eine positive Erzählung. Also die Tatsache, dass die Erde unbewohnbar wird oder große Teile der Erde unbewohnbar werden. Hamburg verschwindet. Es wäre ja eine positive oder könnte eine positive Erzählung sein, dass das noch zu verhindern ist. Aber das Problem ist, glaube ich, es gibt wenig Bilder, wenig Momente, wo das wirklich greifbar wird. Also es ist nicht leicht, diese Botschaft zu transportieren, würde ich mal sagen. Sind wir eigentlich mitten in der Thematik, die dieser Herr hier, Ernst Bloch, Anfang der 1930er Jahre festgestellt hat, als er beklagt hat, dass es nur die kalte Analyse gibt. Also er hat es der Linken vorgeworfen, dass sie dem Faschismus nur die kalte Analyse entgegengesetzt hat und eben keinen Wärmestrom gebildet hat, nicht das Wünschenswerte und vor allem nicht die Erwartungshaltung der Leute in irgendeiner Form, heute würde man sagen, bedient hat. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegt man so einen Wärmestrom hin? Also das ist natürlich von den Inhalten abhängig, aber das ist ja auch eine Frage der Art, wie man ihn kommuniziert. Also eine positive Erzählung, hat Herr Teune gerade gesagt. Herr Müller, ist das etwas, was Sie in irgendeiner Weise beobachten oder vielleicht vermissen als Kommunikationswissenschaftler? Sie haben da glaube ich den breitesten Überblick von uns. Ja, also ich stimme Ihnen grundsätzlich zu, dass wir in einem Klima sozusagen, also gerade vielleicht in zentraleuropäischen Ländern, da können wir vielleicht nach Skandinavien schauen und sehen in der Kommunikation ein bisschen mehr oder in der politischen Kultur ein bisschen mehr von diesem Wärmestrom, in einem Klima leben, also in einem politischen, diskursiven Klima, in dem primär die negativen Aspekte betont werden. Also früher hat man gesagt, da ist der Journalismus mit dran schuld, weil Negativität halt für JournalistInnen interessant ist. Jetzt haben wir eine Kommunikation im Internet, die im großen Teil ohne journalistische Eingriffe funktioniert und da ist diese Negativität immer noch sehr, sehr dominant sozusagen. Und ich stimme Ihnen zu, ein bisschen habe ich das bei Herrn Lebermann in der Selbstkritik sozusagen auch gehört, also bei diesem ganzen Diskurs um Erderwärmung, Klimawandel, wird eigentlich von allen Seiten nur negativ kommuniziert. Das ist auch der Grund, weshalb ich am Anfang diese Parallelen versucht habe zu ziehen zwischen Klimabewegung und Klimaleugnern, in Anführungszeichen. Beides sind negative Erzählungen sozusagen. Tatsächlich glaube ich, die Klimabewegung täte besser daran, sozusagen positive Utopien in die Welt zu setzen. Gleichzeitig ist es aber damit nicht getan. Also ich würde behaupten, gerade weil wir jetzt eben in einem auch kommunikativen Umfeld leben, wo, sagen wir mal, marginale oder ehemals marginale Gruppierungen jetzt plötzlich eine sehr starke kommunikative Autorität entfalten können. Nämlich sieht man am Beispiel der rechten Bewegung online, wie die jetzt immer größer wird, immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Das wäre sicherlich ohne das Internet nicht in dieser Form denkbar gewesen, jetzt zu dieser Zeit sozusagen der Menschheitsgeschichte, wo wir so ein Zeitalter des Faschismus gerade hinter uns gelassen haben vor 70 Jahren. Also da denke ich, einerseits ist diese Kritik berechtigt, wir brauchen mehr utopische Erzählungen, wir brauchen mehr Entwürfe davon, wie das gute Leben aussieht. Andererseits gebe ich Ihnen aber wieder recht, dass wenn man den Leuten, ah nee, Sie haben das gleich gesagt, wenn man den Leuten die ganze Zeit sagt, wie schön das Fahrradfahren ist, dann ist es damit auch nicht getan, sondern die Leute sagen, nö, ich will aber lieber Auto fahren. Also diese kommunikative Wärme sozusagen zu verstärken in diesem Gesamtkomplex, einerseits ist es sehr schwierig, weil wenn man sich gut auskennt, dann merkt man eigentlich sozusagen, wie groß die Probleme und Gefahren sind sozusagen und das dann kommunikativ auszublenden, fällt gar nicht so leicht. Wir haben eben auch gesehen, als Sie quasi über Wärme reden sollten, sind Sie dann doch mit den negativen Fakten eingestiegen oder den negativen Prognosen eingestiegen und andererseits ist natürlich die Persuasionskraft von etwas, was noch nicht real existiert sozusagen, sondern was man sich vorstellen muss, ist natürlich nicht so stark wie die Persuasionskraft des bereits existierenden Positiven, wenn man so will. Also das ist vielleicht der Mechanismus, den man nutzen kann, um zu erklären, warum man so gerne bei dem bleiben möchte, bei seinen Mallorca-Flügen und bei dem täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil es eben schön bequem ist. Ich kann im Winter meine Sitzheizung anmachen und friere nicht. Spätestens dann höre ich auf, Fahrrad zu fahren. Wo ich was Positives reinbringen kann, ist immer an dem Ort, wo sich die Menschen gerade unwohl fühlen, glaube ich. Und es gibt eine Sache, die ich zumindest in meiner Blase wahrnehme, ist dieses Dilemma, dass man faktisch nichts mehr kaufen kann, dass man sich sehr große Mühe geben muss, etwas zu kaufen, wo man keine moralischen Bedenken hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das ist zum Beispiel was, was ich finde, was wir lösen könnten mit so einem erweiterten Lieferkettengesetz. Das ist für mich ein zentraler Punkt dessen, wie man das hinkriegen kann, dass wir die Entscheidungsgewalt zurück in unsere demokratischen Abstimmungsbereiche reinziehen, weil die Argumentation kommt ja immer, wenn man irgendwas Großes ändern will, was wirtschaftlich eine Bedeutung hat, dann gehen die Firmen weg, dann gehen die reichen Menschen weg und dann funktioniert das nicht. Ich finde, der Gedanke, dass man in einem Land nur das kaufen können dürfte, was mit den Gesetzen des Landes konform produziert wurde, finde ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir sind unendlich weit davon entfernt. Aber das muss doch, das wäre zum Beispiel auch so eine Faltungsgrenze, wo wir sagen, das ist doch, das kann doch nicht sein, ich darf ja keine Heelerware kaufen, ich darf ja nichts Geklautes kaufen. Warum darf ich was kaufen, was mit den Gesetzen, auf die wir uns geeinigt haben, nicht konform ist? Das wirkt jetzt wahnsinnig weit weg. Aber warum ich das sage, ist, da kann ich Leuten eine positive Utopie geben. Stell dir vor, du kannst in den Supermarkt gehen und kannst wirklich alles kaufen, weil da ist keine Kinderarbeit drin und da ist auch kein CO2 drin und kein Rohstoffabbau. Das fände ich ziemlich großartig, weil das treibt Leute tatsächlich um, zumindest, wie gesagt, in meiner Luxusblase. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn Sie mit den Leuten in Görlitz oder so sprechen, ist das nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Ja, ein französischer Präsident namens Sarkozy hat das mal versucht, ein konservativer Präsident vor etwa 15 Jahren, der hatte nämlich schon die gleiche Vorstellung wie Sie, auch so eine Art Lieferkettengesetz beziehungsweise eine Besteuerung obendrauf gesetzt für alle Waren, die nicht konform zu den französischen Standards nach sozial, ökologisch etc. produziert worden sind und ist genau sozusagen am Görlitz-Problem gescheitert, weil es wurde zu teuer. Es war einfach dann zu teuer. Kleidung wurde natürlich, der Preis wurde natürlich von den Herstellern dann auf die Kleidung obendrauf geschlagen und das hat alles etwas teurer gemacht. Es gibt manchen dann ein gutes Gefühl und andere können es nicht mehr bezahlen. Im letzten Jahr ist es mit dem CBAM, mit dem Carbon Border Adjustment für Europa eingeführt worden und zwar wird das bis 2034 langsam hochgefahren. Der Anteil dessen, also das, was ich vorhin meinte, wenn man eine Tonne Stahl importiert, muss man irgendwann den CO2-Preis dafür zahlen, den es in Europa gekostet hätte. Und das wird langsam hochgefahren und dieses sind ja Einnahmen, die dann der Staat macht, genauso wie das CO2-prinzipiell und dann würden wir zu dem Klimageld kommen, was Sie erwähnt haben. Das heißt, Sie verteilen das einfach gießkannenmäßig an jeden gleich und dann sind die, die mehr CO2 ausstoßen als der Durchschnitt, die verlieren und die, die weniger CO2 ausstoßen als der Durchschnitt, die gewinnen. Und dann haben Sie einen Nettogewinn für arme Leute, die weniger CO2 ausstoßen, um es mal ganz banal zu sagen. Genau, das ist eigentlich ein Argument. Da sind wir auf der Ebene der Argumente. Und vielleicht ist die Ebene der Erzählungen oder der positiven Erzählungen, die Sie ins Spiel gebracht haben, Herr Thorne, ja nochmal eine ganz andere Ebene. Ich versuche es mal mit einem relativ alten Essay von Hans-Magnus Enzensberger überraschenderweise zum Luxusbegriff. Luxus bringt man ja eher mit Klimaverbrauch, Planetenverbrauch und so weiter, sinnlosem Verbrauch etc. in Verbindung. Und Hans-Magnus Enzensberger, der auch so eine Erzählung in Gang setzen wollte, damals 1996 im Spiegel mit seinem Essay Reminiszenzen an den Überfluss, hat dargestellt, dass es eine neue Form von Luxus gibt. Gar nicht geben soll, gibt. Alter Luxus ist klar, Auto, Haus etc., lauter materielle Güter, alle irgendwie Statusdinge. Neuer Luxus, hat Enzensberger damals geschrieben, ist zum Beispiel 1996, Sicherheit, Ruhe, Zeit, für ihn das wichtigste Luxusgut. Aufmerksamkeit hat er auch genannt und ganz zentral Umwelt. Also sauberes Wasser, saubere Luft und Lebensmittel, die nicht vergiftet sind. Und jetzt wäre ja die Frage, kann man nicht aus so etwas eine positive Erzählung machen? Also wenn ihr wollt, dass saubere Luft, sauberes Wasser, Lebensmittel, die nicht vergiftet sind, dann unterstützt diese Klimaziele oder umgekehrt, wenn ihr sie unterstützt, dann könnt ihr an diesem neuen Luxus teilhaben. Im Prinzip schon. Das Problem ist nur, dass die Verteilungsfrage da wieder ins Spiel kommt, weil diesen neuen Luxus kann man sich jetzt kaufen, auch unter den Bedingungen, die wir jetzt haben. Also man kann sich von der Klimakrise freikaufen, man kann sich sozusagen die Zeit kaufen, man kann sich die Leute kaufen, die einem andere vom Leib halten. Das heißt, im Grunde genommen ist das sozusagen eine Vision, die schon Realität ist für viele Leute, die viel Geld haben, aber sozusagen die überhaupt nicht greifbar ist für Leute, die sozusagen im Alltag, ja, sozusagen die unter den Bedingungen, unter denen wir jetzt leben, einkaufen gehen, mobil sind. Also ich würde sagen, diese Zukunftsperspektive ergibt sich für viele Leute einfach nicht. Dann ist ja die zentrale Frage, wie kriegt man es für alle hin? Welche Utopien gibt es da in den sozialen Bewegungen? Naja, die allermeisten sind mit der Abschaffung von der kapitalistischen Logik verbunden, weil genau, und sozusagen mit einer grundsätzlichen Umverteilung, weil sich genau diese Fragen dann nicht mehr so stellen, sondern anders gelöst werden. Also wenn die Menschen kooperativ miteinander umgehen, dann kommen sie auch zu anderen Lösungen. Wenn die Menschen sozusagen nicht auf Profitmaximierung ausgerichtet sind, dann können sie mit Ressourcen anders umgehen. Also das würde ich sagen, ist nach wie vor ein zentraler Punkt, der auch in der Klimabewegung sich ziemlich rasant ausgebreitet hat. Also am Anfang ging es sozusagen darum, mit der Hoffnung auf die Politik zuzugehen, dass sie das bessere Argument schon überzeugen wird. Und ziemlich schnell haben die allermeisten gemerkt, da gibt es eine systemische Grenze und die systemische Grenze heißt Kapitalismus. Die Regierung wird nicht das machen, was der Profitmaximierung schadet. Und deswegen sind sehr viele Leute aus der Klimabewegung sehr schnell Antikapitalistinnen geworden. Dann gibt es ja noch mehrere Grenzen. Also es gibt die, die wir anfangs thematisiert haben oder die Sie auch genannt haben anfangs. Das ist dann die Grenze zwischen Klimabewegung und, sagen wir mal, rechter Bewegung. Und jetzt haben wir aber noch eine völlig neue, wenn man so will, Konfrontation. Also sobald es darum geht, es sozial auszuhandeln oder sozial gerecht zu gestalten, kommt man plötzlich wieder in eine andere Thematik und wieder in eine andere Konfrontation hinein. Wie handelt man das jetzt aus? Sie haben in Ihrem Buch Vorschläge für Kapitalisten gemacht, Argumente für Kommunisten geliefert. Sie haben sogar, glaube ich, die historisch, sagen wir mal, überlebte Idee der Planwirtschaft thematisiert und Argumente dafür geliefert, für Leute, die das vertreten, geliefert. Oder auch für Antikapitalisten und für Pragmatiker. Welcher Lösung neigen Sie denn selbst zu, Herr Lebermann? Ja, aber da ist alles immer Argumente für die Faltung. Also, aber ich glaube, da, also da kriegen wir, ja, ich weiß auch nicht, also da bin ich ja weit in der, also das sagt nicht mehr das Potsdam-Institut, alles bis jetzt war Potsdam-Institut-konform, aber ab jetzt nicht mehr. Nein, also ich habe mich irgendwann, als ich angefangen habe, mich mit Ökonomie zu beschäftigen, vor zwölf, dreizehn Jahren, das ist ja ein anderes Problem. Das ist ja ein Flussproblem im Gegensatz zu physikalischen Sachen, die auch Flussprobleme sein können. Aber da fließen immer Ströme hin und her. Da ist immer alles in Bewegung. Und diese Bewegung, die Änderung der Bewegung ist das Interessante. Und die große Frage war dann für mich dann irgendwann, wo fließt, wenn wir die ganze Zeit wachsen, aber Leute ärmer werden, wo fließt denn dieses Geld hin? Und ich glaube tatsächlich, ich habe mich dann sehr schnell darauf versteift, dass es einen Geldstrom nach oben gibt. Und da haben alle gesagt, das ist schlecht, das zu schreiben, Strom fließt nicht nach oben. Und eine Metapher, also war schlecht, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Und dann hat irgendwann, habe ich mit einem Freund bei der Taz, wir haben darüber gesprochen, und der meinte, ja, es fließt aber auch was zur Seite weg. Und das ist ja das Gute. Also wir müssen, der Arbeitnehmer in Deutschland ist in Konkurrenz mit dem Arbeitnehmer in China, und da hat er auch Angst vor. Aber das ist natürlich, wir können natürlich die großen Ungleichheiten in der Welt, die müssen sich ja nach und nach ausgleichen, das müssen wir erlauben können. Bleiben wir aber bei dem, dann bleibt das Problem, der Fluss nach oben. Der Fluss zur Seite ist okay. So, machen wir jetzt, sagen wir einfach so. Aber der nach oben ist ein Problem. Und da kommen wieder die Selbstverstärkungsprozesse rein. Denn Kapitalismus ist intrinsisch ein Selbstverstärkungsprozess. Wenn Sie aus Geld mehr Geld machen können, und wenn das, was Sie zusätzlich dazukriegen, proportional ist zu dem, was Sie schon haben, dann kommen Sie zu diesen E-Funktionen. Und die kriegen Sie nicht mehr eingefangen. Das sind Explosionen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Explosion bedeutet, ist eine Selbstverstärkung. Und das ist, was wir gerade beobachten. Und meine Antwort darauf ist nicht, die Planwirtschaft ist nicht der Sozialismus oder Kapitalismus, wo wir sagen, wo wir eine Art von, wo wir ein bisschen das Anreizprinzip rausnehmen, oder sogar vollständig, weil ich glaube, wir brauchen dieses Anreizsystem. Ich glaube auch nicht, dass eine Gleichverteilung zum Beispiel gerecht wäre, weil Leute unterschiedlich stark zur Gesellschaft beitragen. Ich glaube, was wir verhindern müssen, ist das Auseinanderreißen der Gesellschaft. Und gar nicht unbedingt aus einem Gerechtigkeitsprinzip heraus, sondern aus dem Gedanken heraus, dass die Gesellschaft sonst auseinanderreißt. Wenn Sie, und dann ist dieser Gedanke, und das ist auch nicht mein Gedanke, sondern es wurde in der Schweiz schon abgestimmt und einfach abgelehnt, wenn Sie einfach sagen, es gibt, niemand darf in einem Jahr so viel verdienen wie in einem anderen im ganzen Leben. Sie machen also den Faktor zwischen dem niedrigsten Einkommen und dem höchsten Einkommen, sagen wir mal, ich habe da einfach gesagt, sagen wir mal einen Faktor 100. Und Sie machen also eine Einkommenssteuer, die auf 100 Prozent geht, da drüber. So, das klingt ganz furchtbar und alle denken, oh weia, oh weia, oh weia. Aber jetzt kurz dabei bleiben. Wenn das Mindesteinkommen in Deutschland 20.000 Jahreseinkommen wäre, was es nicht ist, aber nur einmal runde Zahlen zu nehmen, dann bedeutet ein Faktor 100, dass Sie zwei Millionen netto verdienen können. Das ist kein Sozialismus. Ich weiß nicht, wie viele Leute Sie kennen, die zwei Millionen netto im Jahr verdienen. Das ist eine überschaubare Menge, also zumindest im Bekanntenkreis. Sie können unglaublich reich werden in diesem Ding, aber trotzdem würden Sie einen Elon Musk, der 500.000 pro Minute verdient hat in seinen besten Zeiten, diese Sachen würden Sie verhindern. Und ich würde behaupten, dass diese Art von Reichtum tatsächlich unsere Gesellschaft zerstört. Und dass wir, wenn wir erstmal anfangen, damit, dagegen was zu tun, dann haben wir schon viel gewonnen. Ich glaube, wir müssten dieses Geld wieder zurückfalten in die Gesellschaft. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Metapher, sondern das führt dann, wenn Sie sagen, man hat diesen Faktor zwischen dem Mindesteinkommen und dem höchsten Einkommen, wie gesagt, nicht meine Idee, sondern schon gedacht von anderen Leuten, sogar schon abgestimmt, wie gesagt, in der Schweiz. Sie wollten nur einen Faktor 12, das schien ein bisschen klein. Und wenn Sie das kombinieren, nicht mit einer Erbschaftsteuer. Ich weiß nicht, warum wir dieser Gedanke von Besteuerung und diesem langsamen, anwachsenden Bestrafung für bestimmte Sachen, ich weiß nicht, wo der hergekommen ist, den finde ich irgendwie seltsam. Wenn wir auch da eine Grenze einführen und sagen, wir dürfen, man darf an eine Person nicht mehr vererben, an eine Person darf man nicht mehr vererben als dieses maximale Einkommen pro Jahr, also zwei Millionen. Dann können Sie mit Ihren zwei Millionen Jahreseinkommen, die Sie ja dann alle haben, können Sie dann 500, 100 Millionen im Leben anhäufen. Und dann dürfen Sie das vererben an alle möglichen Menschen, aber an eine Person nur zwei Millionen. Das heißt, Sie können Ihr Haus vererben, Sie können all diese Sachen machen, aber Sie können kein Reichtum mehr vererben, Sie können kein Mehrfamilienhaus in New York vererben. Das heißt etwas, was dann bedeutet, dass die nächste Generation nicht mehr arbeiten muss. Und ich glaube, mit dieser Kombination, einfach das durchzudenken, ist eine schöne Übung. Also gesetzt, das wird der Fall sein. Es fließt nicht mehr nach oben das Geld. Wo fließt es dann hin? Und wie hilft es dem Klimaschutz, also jetzt nicht im Sinne einer Dachbegrünung, vielleicht eher im Sinne eines sozialen Ausgleichs? Gar nicht, aber was ich sagen will ist, das ist für 99 Prozent der Bevölkerung gut. Also die Leute fragen mich immer, wie ich denn glaube, dass die Reichen so etwas mit sich machen lassen würden. Wir leben ja in der Demokratie, es ist für 99 Prozent, also das Vererbte, also es war unter ein Prozent der Vererbung, war über zwei Millionen in den letzten Jahren in Deutschland. Weil das mit der Demokratie natürlich auch gleichzeitig das Problem dabei ist. Also einerseits ist es sozusagen die Chance, solche Dinge einzuführen. Und andererseits ist aber natürlich, dann sehen wir ja, jetzt müssen wir wieder die FDP ansprechen, dass es sozusagen solche Veto-Spieler, würde man in der Politikwissenschaft sagen, dann in den demokratischen Strukturen gibt, die im Prinzip nicht mal die Interessen vertreten, der fünf oder sechs Prozent in der Bevölkerung, die sie wählen, sondern eigentlich nur von einem Prozent der Bevölkerung. Also das heißt, da wählen quasi Leute dann Parteien, die im Prinzip gegen ihre eigenen Interessen sozusagen Gesetze verhindern. Also das muss man, glaube ich, schon so klar formulieren. Wir leben in einem repräsentativen demokratischen System. Das bedeutet einerseits, also jetzt in Deutschland, das bedeutet einerseits, dass wir eben nicht für alles eine basisdemokratische Mehrheit erzeugen müssen. Das kann auch was Positives sein, weil ich denke, dann muss man eben dann vielleicht doch nicht jede politische Entscheidung diskursiv vorbereiten, sondern kann manchmal auch, ein Punkt, den ich vorhin schon gemacht habe, Entscheidungen treffen, die keine basisdemokratische Mehrheit haben. Aber wenn sie dann mal implementiert sind, dann vielleicht die Folgen, dann spürt man die Wärme. Man redet nicht nur über die Wärme, sondern man spürt sie dann auch, wenn sie gut, wenn sie durchdacht sind. Also das ist der Vorteil sozusagen dieses repräsentativ-demokratischen Systems. Und der Nachteil ist aber eben genau derjenige, dass man sich mit Geld sozusagen einhacken kann in dieses System. Und sozusagen es da politische Interessenvertretungen gibt, die im Prinzip nur die Interessen einer sehr, sehr, sehr kleinen, sehr, sehr wohlhabenden Minderheit sozusagen vertreten. Also keine Erbschaftssteuer bis zwei Millionen und dann zurückgefaltet. Den Rest müssen wir weg. Also das heißt, für 99 Prozent der Bevölkerung ist es gut und wir glauben, dass wir das nicht durchsetzen können. Das heißt, wir glauben tatsächlich, dass 50 Prozent der Bevölkerung gegen ihr eigenes Interesse bei sowas votieren würden. Das ist krass, oder? Ja, also das Beispiel mit der Schweiz ist aber jetzt nicht nachrecherchiert, was da genau die Folgen... Da könnte man es im Schweizer System, könnte man tatsächlich versuchen, solche Dinge zu erzeugen. Aber auch da muss man natürlich sagen, da werden Kommunikationskampagnen dagegen gefahren von denjenigen, die sich diese Kampagnen auch einfach leisten können. Und tatsächlich, glaube ich, ist es so, wenn man halt politische Entscheidungen kommunikativ vorbereitet, dann gibt es immer Leute, die deren Interessen, deren individuelle Interessen negativ berührt sind und die spielen dann mit Angst. Und tatsächlich ist Angst, da sind wir wieder bei der Verlust-Aversion, also Angst vor letztlich negativen Konsequenzen, ist dann bei so basisdemokratischen Themen tatsächlich, ja, so eine Art, ich würde sagen, Einfallstor, um Dinge zu verhindern, die eigentlich im Interesse der Allgemeinheit oder der Mehrheit positiv wären, dass das funktioniert, weil man dann eben diese psychologischen Mechanismen wieder anstößt bei den Leuten. Das ist ein bisschen... Also ich stimme Ihnen vollkommen zu. Diese politische Forderung würde ich sofort unterschreiben. Die Frage ist nur, wie kriegt man sie durchgesetzt? Also ich glaube, man kriegt sie selbst mit Volksabstimmungen, also in der basisdemokratischen System, kriegt man sie schwierig durchgesetzt. In der repräsentativen Demokratie kriegt man sie ebenfalls schwierig durchgesetzt. Ich glaube, es scheitert gar nicht an der Überzeugung, dass das vorteilhaft wäre, sozusagen auch für den Bevölkerungs- oder den Gesellschaftszusammenhalt. Aber das ist sozusagen ein Paradox jeglicher demokratischer Ordnung, dass sie dann so demokratisch dann vielleicht am Ende doch nicht funktioniert. Jetzt waren wir eigentlich gerade an dem Punkt, dass das Umverteilungsproblem fast gelöst ist. Die Diskussion hat sich nahezu gerundet. Wir sind wieder bei den Verlustängsten angekommen. Und ich würde Sie jetzt gerne gleich auffordern, sich selbst einzuschalten mit Ihren Themen. Ich habe noch eine Frage zum Geld und zum Positiven. Das lässt sich vielleicht sogar miteinander verbinden. Und zwar hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gestern, just gestern, einen Bericht vorgestellt, bei dem man sagen könnte, der Inhalt ist, die Grenzen des Wachstums können auch klimabedingt sein. Also das Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaftsleistung in Europa, in den USA, überhaupt weltweit, kann um ein Fünftel weniger steigen durch Folgen der Erderwärmung. Ich hoffe, ich habe es richtig dargestellt. Also ein Fünftel weniger, das heißt, alle sind irgendwie davon betroffen, landwirtschaftliche Erträge können drastisch sinken, Kosten, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten, nach Extremwetterschäden und so weiter, sind so hoch, dass sie sich auf die Wirtschaftsleistung sehr negativ auswirken können. Und das betrifft ja dann am Ende wieder alle. Das kann sich auf, oder wahrscheinlich mit einer gewissen anderen Verteilung, aber es betrifft viele, sagen wir mal so. Es betrifft viele Einkommen und es ist eigentlich zum Nachteil jeder Einzelne und jedes Einzelnen. Interessanterweise hat es so ähnlich 2006, vor fast 20 Jahren, schon ein britischer Ökonom mal vorhergesagt oder prognostiziert, nicht mit ein Fünftel und nicht so gravierend und nicht so hoch sind die Schäden gewesen, seiner Einsicht nach. Niklas Stern war das, der Stern Report, hat aber die Richtung auch schon vorgegeben. Neu ist es im Grunde genommen nicht, dass man davon profitieren könnte, aber es wird irgendwie kein Wärmestrom draus, obwohl doch das Geldargument auf der Hand liegen müsste. Jetzt wüsste ich ganz zum Schluss, warum? Warum kriegt man daraus keine positive Erzählung, wo man doch sagen könnte, kann ja jeder nachrechnen, dass ein Fünftel weniger, das kann jeder nachrechnen. Also ich würde jetzt wieder, das ist jetzt redundant, aber ich würde jetzt nochmal diesen Punkt betonen wollen. Ich glaube, Wärme muss man spüren. Die kann man nicht mit Erzählungen, also man kann natürlich warme Erzählungen verbreiten, aber dass die dann tatsächlich Entscheidungsfindungen von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern letztlich beeinflussen, dafür muss man die Wärme spüren. Und die Wärme meiner Sitzheizung spüre ich. Die Wärme sozusagen, die von einem besseren sozialen Miteinander in einer ökologisch organisierten Gesellschaft, wo wir im Einklang mit der Natur leben, ausgeht, die kann ich nicht spüren, weil die eine Idee ist. Also die ist eine potenzielle Wärme. Es ist die Gefahr immer noch zu abstrakt. Ja, da beginnt jetzt gerade der Prozess gegen den Landrat zum Beispiel. Also es wird ja doch irgendwie konkreter. Öffnen wir es doch an dieser Stelle mal für Sie. Dann können Sie mit Ihren Themen und Ihren Fragen sich jetzt einschalten. Es gibt ein Mikrofon. Und bitte stellen Sie Ihre Frage, Ihre Fragen, benutzen Sie bitte das Mikrofon dazu. Es fiel im Nebensatz nur bei der Bemerkung, die Leute werden es nicht merken. Ich glaube, von Herrn Levermann. Das ehrlich gesagt glaube ich nicht, weil ich glaube, es wird ohne Verzicht nicht gehen, also diese Ziele zu verwirklichen. Man könnte jetzt sehr, sehr, sehr viele Beispiele aufmachen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass Treibstoffe, die auf Öl basieren, sich ja nicht zufällig durchgesetzt haben, sondern sie haben sich deswegen durchgesetzt, weil es keine andere Substanz gibt, die so viel Energie speichert. Also die Thermodynamik hat da einfach dazu geführt. Also der Flugverkehr in diesem Ausmaß, wie wir ihn jetzt haben, den kann es dann halt nicht mehr geben. Also mit Elektroantrieben kann man 50 Personen 500 Kilometer weit transportieren, ist im Moment so das utopische Ziel der Forschung. Aber es würde einfach ohne Verzicht nicht gehen. Das wäre mein Punkt. Das ist ganz hart Ihr Thema, Herr Levermann, weil Sie haben sich dazu geäußert, also was Sie jetzt kurz ausgeführt haben, hat hier zum Beispiel der Postwachstumsökonom Niko Pech mal sehr lange hier ausgeführt, auch im Blochzentrum. Und das läuft immer auf viel weniger hinaus, auf Verzicht. Reisen, Konsum, Ressourcenverbrauch. Wenn wir uns nicht gesund schrumpfen, sagt zum Beispiel die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann, dann werden wir dafür keine Lösung finden. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dieser Ansatz sei falsch. Ich musste Sie ja jetzt natürlich darauf hinführen, Herr Levermann. Tut mir leid. Also Sie können sich vorstellen, ich bin immer Mittagessen in einer Horde von Doktoranden, die das alle voll unterschreiben, was sie sagen. Also ich bin der Einzige, der da Fleisch isst und so. Also ich kann das natürlich, wir haben, und das ist auch schwer zu argumentieren, dass wir, natürlich können wir nicht so weitermachen wie bisher. Sie haben vollkommen recht, wir wissen noch nicht, wie wir fliegen mit Strom. Das ist aber fast das Einzige. Also wir haben für fast alles schon technologische Lösungen. Es gibt, Beton ist noch ein Problem. Und es gibt natürlich ganz viele andere Nachhaltigkeitsprobleme. Und was ich nur denke, ist, dass wir das auf die Art machen sollten. Deswegen bin ich so positiv, weil ich mit diesem Emissionshandel tatsächlich glaube, dass wir da eine Blaupause dafür haben, wie wir nach und nach bestimmte Sachen aus der Gesellschaft ausschleichen könnten. Und zwar nicht mit dem Ansatz, seid vernünftig und hört auf damit, sondern wir machen es immer schwieriger, das zu machen auf irgendeine Art. Und dadurch generieren wir die Innovation für neue Lösungen. Das wird auch bedeuten, dass man bestimmte Sachen weniger tut, vermute ich irgendwann. Aber das ist dann alles eine Entscheidung des Individuums. Ich glaube, wir haben das gesehen, dass wir mit dem Aufruf nach Verzicht sind wir so furchtbar gescheitert in den letzten Jahrzehnten. Churchill hat es für ein paar Monate geschafft, den Engländern zu sagen, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Aber da war auch ein Krieg. Und es waren nur ein paar Monate. Wir rufen quasi die Bevölkerung seit 30 Jahren auf, zu verzichten, und zwar für die nächsten 30 Jahre. Und irgendwie klappt das nicht. Wenn mal so ein Fukushima-Unglück ist, dann kriegt man mal 25 Prozent hinter die Grünen, die das dann auch mitvertreten. Aber ansonsten wabern wir bei 5 bis 10 Prozent rum, die das ernsthaft wollen und dann auch in gewissem Rahmen tun. Und dann, wir brauchen aber 100, wir brauchen 100 Prozent. Und deswegen glaube ich, wir brauchen solche Mechanismen. Wir können jetzt lange darüber diskutieren, ob es irgendwas gibt, was man tatsächlich dann einfach nicht mehr machen darf oder nicht mehr machen kann. Da gibt es ganz viele Sachen. Aber ich glaube, die Herangehensweise ist, wir müssen uns in einer ruhigen Stunde bei einer Bundestagswahl, bei einer Europawahl, dafür idealistisch entscheiden. Und dann müssen wir das rausnehmen aus der täglichen Entscheidung. Weil die tägliche Entscheidung ist einfach zu kompliziert. Eine alleinerziehende Mutter in Marzahn, Berlin-Marzahn, kann nicht zwei Stunden vorm Regal sitzen und überlegen, was ist das ökologisch sinnvollste Produkt hier. Und ganz ehrlich, obwohl ich wahnsinnig privilegiert bin, ich habe diese Zeit auch nicht. Und einem indischen Bauer kann ich das sowieso nicht sagen. Das heißt, ich glaube, diese Verzichtssache, die ist tatsächlich zumindest ein kommunikativer, absoluter Holzweg. Ich glaube, was aber manche machen können, ist sich vernunftmäßig für eine Grenze entscheiden und sie dann gesellschaftlich quasi mitzutragen. Aber es muss von außen passieren. Und das geht ohne Verzicht? Ich glaube, wir werden dann verändern, was wir wollen. Es geht dann nur mit einer Änderung des Wertesystems letztendlich. Richtig, das passiert dann zusätzlich. Wäre nicht die Konsequenz sozusagen aus Ihren Vorschlägen eine ähnliche, beispielsweise jetzt an diesem Flugthema aufgehangen, es werden einfach in 20 Jahren sehr viel weniger Menschen zu sehr viel höheren Preisen fliegen. Was ja auch in die Richtung des Kommentars sozusagen geht. Ich denke, das ist wahrscheinlich unstrittig, wenn man realistisch anschaut, was für einen CO2-Ausstoß der Flugverkehr verursacht. Genau, das ist auch völlig in Ordnung. Nee, genau, ich habe da gar nichts dagegen. Die Frage ist sozusagen, wie kommen wir an diesen Punkt? Und das eine, was man machen kann, ist sozusagen Gesetze erlassen, die unmittelbar preiswirksam werden, also Kerosinsteuer erhöhen und so weiter. Das macht in gewisser Weise natürlich Sinn, weil es das Problem löst, dass weniger geflogen werden muss. Es führt aber eben dann zu diesem demokratischen Aufruhr sozusagen. Das ist eine konkrete Maßnahme, wo man sich dann wieder reinverbeißen kann, so ähnlich wie das Heizungsgesetz, wo dann quasi auch einfach politische Kampagnen gegen Gefahren werden können, die dann wiederum daran weiterknabbern, dass unsere Demokratie kaputt gemacht wird. Also dann können rechte Akteure sagen, die wollen uns das Fliegen wegnehmen. Und wenn man politische Lösungen sozusagen findet, und so verstehe ich Ihre Vorschläge, die letztlich zum gleichen Ergebnis führen, aber auf einem allgemeineren Ordnungsprinzip sozusagen beruhen, der eben einfach dazu führt, dass Unternehmen, also Fluggesellschaften in dem Fall, Flüge einfach nicht mehr zu diesen günstigen Preisen anbieten können. Und zwar ohne, dass man das konkret auf eine einzelne Kerosinsteuer oder sowas zurückführen kann. An der man sich eben kommunikativ verbeißen kann, dann ist das, glaube ich, der bessere Weg sozusagen. Also da würde ich Ihnen zustimmen. Genau, und da muss ich auch noch mal kurz die Physik noch mal reinschmeißen. Das Fliegen ist ein winziger Teil von unserem CO2-Problem. Das ist nur wichtig, weil, wenn man sich daran festhängt, das ist das größte Problem, also wegzukriegen, aber auch ein sehr, sehr kleiner Teil. Was ich vorhin meinte, und Sie haben vollkommen recht, wir werden es merken an dem Fliegen, wenn wir es nicht gelöst kriegen mit dem Fliegen, das wird dann einfach weg oder weniger. Aber die ganzen anderen Sachen, die, ich will mal sagen, die 95, 96 Prozent der Emissionen, die kriegen wir weg ohne Verzicht. Was nicht bedeutet, dass wir, wir müssen, glaube ich, tatsächlich irgendwann weit über das Klima hinausgehen. Wir müssen in der Landwirtschaftsbereich, das ist dann gar nicht mehr unbedingt Klima. Das ist dann zu einem viel stärkeren Teil wirklich Nachhaltigkeit im weitesten Sinne. Und da kommen wir in diese Richtung von Rohstoffabbau. Und da glaube ich ganz, ich glaube, dass wir irgendwann, das wurde früher immer Cradle to Cradle, das finde ich so, das ist so ein fast kindlicher Ausdruck. Das ist eine ganz harte technologische Industrie, die irgendwann recyceln wird. Und zwar wie verrückt. Und zwar automatisiert auf dem freien Feld mit Wind und Sonne. Erst wenn ja die Energie zur Verfügung steht. Es gibt unendlich viel Energie. Herr Törner. Unendlich viel. Sonne. Wahnsinnig viel. Ja, bei mir kribbelt es gerade so ein bisschen, weil bei dieser ganzen Rechnung kommt nicht vor, dass wir viel zu spät dran sind. Also das 1,5-Grad-Ziel, was in Paris beschlossen worden ist oder wo sich die Regierungen drauf verpflichtet haben, das wird 2030 bis 35 erreicht sein. Letztes Jahr haben wir es gerissen. Das war im letzten Jahr. Wir haben es schon gerissen. Wir haben es schon gerissen. Wir sind nur noch nicht, vielleicht nicht permanent drüber, aber wir haben es letztes Jahr. Das war zur Eröffnung der Ausstellung 1,5 Grad in Mannheim. Grad rechtzeitig. Die noch so etwas wie einen utopischen Horizont formulierte. Mithilfe von Künstlern darauf aufmerksam zu machen, dass man zu spät dran ist. Und ich glaube eine Woche vor der Eröffnung wurde genau bekannt gegeben, dass wir die Sache eigentlich schon gerissen haben. Die Entwicklungen des letzten Jahres sind ja atemberaubend, also übertreffen alles, was sozusagen vorhergesagt worden ist. Das heißt, die ganzen sozialen Folgen, die an den Wetterextremen dranhängen, die jetzt noch häufiger stattfinden werden, die werden uns ja überholen in der Möglichkeit, das Ganze zu regulieren. Das heißt, die Menschen werden sehr wohl merken daran, dass wir massiv mehr Konflikte haben werden auf der Welt, bewaffnete Konflikte. Wir werden massiv mehr Migrationsbewegungen haben und unsere gemütliche Demokratie hier wird das Ganze schon ins Wanken bringen. Und das muss man, glaube ich, in diese Rechnung irgendwie auch mit aufnehmen, weil das sind sozusagen noch Ideen, die in der langen Linie gedacht sind. Aber das Problem ist, dass wir die Zeit gar nicht haben werden. Aber diese Sachen sind halt, das ist, was ich sagen möchte, warum ich positiv bin, sie sind auf jeden Fall in Europa schon implementiert und tatsächlich fest implementiert. Und 2039 wird kein CO2 mehr für Strom- und Energiegewinnung emittiert werden. Deswegen, dieser Emissionshandel wird immer so als Bepreisung des CO2 genannt. Nee, das ist eine Grenze, die nach und nach eingeführt wird. Und in 1939 sind wir da. Es rumort im Publikum, Herr Levermann. Wir haben noch zwei Wortmeldungen. Ja, bitte. Ja, guten Abend. Mich würde mal interessieren, der Verzicht, ist der letztendlich weltweit oder ist der nur hier in Europa zu sehen oder nur in der westlichen Welt zu sehen, in den westlichen Demokratien zu sehen? Ich kann mit dem Wort Verzicht, wie Sie es jetzt interpretieren, nicht ganz so viel anfangen. Und es würde mich mal interessieren, wie man den Verzicht dann definiert. Und auch noch eine Frage, die Wirtschaft, die haben Sie zwar immer erwähnt, aber wenn ich jetzt sage Europa, Europa ist doch ein reines Wirtschaftskonstrukt. Hat sich ja auch daraus entwickelt, dass man ein europäisches Wirtschaftssystem wollte und so weiter. Das heißt, man geht ja auf die Wirtschaft, müsste man doch viel mehr eingehen, aber nicht über Verbote, sondern dass man kommunikativ damit umgeht. Und letzteres, was mich dann doch noch interessiert, auch sprich die Kommunikation. Wir machen den Regenwald seit 50, 60 Jahren, machen wir den komplett kaputt. Auch wir im Westen, ganz klar, auch hier bei uns in Europa. Ich finde das ganz interessant. Jetzt kommt der Mask nach Deutschland und jetzt wird dann 100 Hektar Wald abgerodet. Wie soll man dem Brasilianer jetzt erklären, dass wir den Regenwald brauchen, wenn die in den Westen schauen und sagen, okay, lasst euch nicht in das Licht führen. Das, was die erzählen, guckt euch an, wie die Taten, wie die eigentlich aussehen. Auch hier die Kommunikation, die ist ja da völlig kritiklos. Nicht nur jetzt aufs Podium bezogen, aber, wenn ich es so sagen darf, auch in den Medien ist die Kommunikation völlig kritiklos, wie wir selbst hier bei uns, obwohl wir das wissen, zumindest schreiben wir uns das auf die Fahne, dass wir schlauer sind und wissen das alles, dass wir dann letztendlich doch das hinnehmen, bis auf ein paar Demonstranten, sage ich jetzt einfach mal. Also mich würde das schon mal ein bisschen interessieren und vielleicht wirklich letzte Frage, auch dieses gesellschaftliche, die gesellschaftliche Geschichte würde mich interessieren. Und zwar, ich möchte mich nicht an dem Indikator Fliegen festhalten, ich habe das verstanden, das ist letztendlich eine Metapher und trotzdem, die kommt. Und trotzdem würde mich noch interessieren, wie sieht das Gesellschaftsbild aus? Letztendlich glaube ich, dass es viele Leute gibt, die können weiterfliegen, ganz normal wie bisher, aber eine große Masse kann nicht fliegen. Wie sieht das Gesellschaftsbild letztendlich aus, bezogen immer wieder auf das, was ich eingangs gesagt habe, auf den Verzicht? Dankeschön. Ich fürchte, Sie sind angesprochen, Herr Levermann, oder wir beginnen mit der Kommunikation, Herr Müller. Naja, also Verzicht, ich kann natürlich, ich kann in anderen Ländern, das ist mein, was ich mit Verzicht meine in diesem Zusammenhang ist einfach nur, dass man aus Vernunft weniger CO2 ausstößt, zum Beispiel, oder andere Dinge, die man eigentlich machen möchte, nicht macht, weil man das für vernünftig hält, ökologisch vernünftig. Und das ist was, was ich sehr, sehr schätze, wenn Leute das tun, was ich aber natürlich nicht fordern kann, nicht in diesem Sinne, weil ich zum Beispiel einem indischen Bauern nicht sagen kann, er soll verzichten. Das kann ich aus meiner Lage, kann ich das nicht mehr heraus machen. Bei dem Wort Verzicht, und dann gebe ich damit vielleicht Ihre Frage weiter, fiel mir noch auf, dass es sich ja immer gefühlt jedenfalls um eine aktive Sache handelt, freiwilliger Verzicht sozusagen. Und dann müsste man das eventuell ja etwas spezifizieren oder müsste sagen, das einen Verzicht ist vielleicht das andere ein Verlust oder ein unfreiwilliger Verzicht, das kann ich, wie man das nennt. Und darauf zielte vielleicht auch der letzte Aspekt Ihrer Frage ab, also dass es dann, wenn es der Markt regelt oder wenn es über letztendlich Umweg-Marktmechanismen vielleicht geregelt wird, sich verteuert. Und dann ist man in der gleichen Situation wie der französische Präsident damals, Sarkozy mit seinem Gesetz, gut gemeint, aber hat dann die Sache so verteuert, dass sie nicht mehr für alle zugänglich war. Bei Pullovern oder Hosen ist irgendwann klar, dass jeder Kleidung braucht. Beim Fliegen könnte man sagen, dann wird es genau das, was es vielleicht vor 80 Jahren mal war, nämlich eine Luxusangelegenheit. Und die, die nicht fliegen, haben vielleicht gar nicht das Gefühl, dass sie auf etwas verzichten, weil das war einfach nicht drin im Horizont der Leute vor 80 Jahren, aber hat sich natürlich jetzt geändert durch etc. Und so weiter. Also vielleicht muss man das noch ein bisschen spezifizieren, dachte ich mir. Also ich finde, beim Klimawandel haben wir eine Situation, die ein bisschen besonders ist. Und ich spreche sehr viel von Industrievertretern, eigentlich faktisch fast nur noch. Und wenn ich denen sage, wir müssen auf Null Emissionen, was tatsächlich ein Fakt ist, ist diese Null, die vereinheitlicht alle Sektoren, alle Wirtschaftssektoren, auch alle Menschen. Und dann können Sie, vielleicht ist das eine gute Antwort auf diese Frage, ob man alles mit dem Preis regelt. Weil Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn ich Dinge einfach teurer mache, dann können sich das die Reichen leisten und die anderen nicht mehr. Das heißt, ich bestrafe die Armen die ganze Zeit. Beim CO2 ist es so, wir müssen auf Null. Das heißt, niemand kann mehr CO2 ausstoßen in 20, 30 Jahren. Und das bedeutet, wir müssen, und das ist das, was die Wirtschaftsvertreter dann, das habe ich neulich im Heute-Journal gesagt, da haben mich ganz viele für gehauen, weil ich das, das sage ich immer, ich sage dann immer, nach 30 Sekunden betreuten Denken, realisieren die dann, dass das viel besser ist. Null ist viel besser als weniger. Weil Null bedeutet, wir müssen nicht weniger machen, das können Sie dem Wirtschaftsvertreter nicht erzählen, weniger zu machen, sondern wir machen alles anders. Und anders ist okay. Anders heißt Innovation, heißt, ich muss mir was ausdenken, ich stehe im Wettbewerb mit anderen, die sich auch was ausdenken. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Deswegen geht es nicht darum, alles mit dem CO2 einen Preis zu geben, meiner Auffassung nach, sondern das CO2 auszuschleichen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und das bedeutet, wir werden davon unabhängig. Und nochmal, wir haben unendlich viel Sonnenenergie auf diesem Planeten. Und die Frage richtet sich ja auch darauf, wenn wir das alles anders machen und es für die einen leistbar oder finanzierbar ist und für die anderen nicht, was dann an Innovation, Alternative und so weiter entsteht, was dann? Aber warum soll das für die einen, also das ist ja ein anderes Problem, was, wie viel kostet. Aber also Wind- und Sonnenenergie kostet nicht mehr als Öl und Kohle. Also momentan noch ein bisschen, aber ja, das fördern. Aber das wird nicht so sein, dass man sich das nicht leisten kann. Das ist nicht das Problem. Okay. Ja. Sondern wir müssen das, wir müssen, also wir brauchen auch nebenbei, wir brauchen in der Zukunft mehr Energie, nicht weniger. Aber wir haben ja auch noch ein Recycling-Problem nebenbei. Ja. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, sie können nur runtercyclen, wenn sie nicht Energie zuführen. Sie müssen Energie zuführen, sonst steigt die Entropie immer. Das heißt, sie steigt die Unordnung. Sie müssen Energie zuführen. Das heißt, wir werden in der Zukunft viel mehr Energie brauchen als weniger. Und diese Energie werden wir in Form von Strom bekommen. Und das ist die sauberste und reinste Art von Energie, mit der man am meisten machen kann. Man kann damit Wärme machen, wenn man doof ist, aber man kann damit auch vernünftige Sachen machen wie Roboter. Oder Recycling. Ja. Also ich will damit sagen, das ist keine düstere Welt, in die wir gehen müssen. Nur wenn wir so weitergehen, wie wir jetzt gerade gehen, dann gehen wir in eine düstere Welt. Weil Sie haben vollkommen recht, anderthalb Grad haben wir. Das bedeutet auf Land drei Grad. Die Starkniederschlagsereignisse nehmen an der Frequenz mit 17 Prozent zu. 1,17 hoch 3 bedeutet 60 Prozent Zunahme. 60 Prozent Zunahme der Frequenz von Starkniederschlagsereignissen wie A-Teilüberschwemmung. Deswegen sind Jahrhundertereignisse nicht mehr Jahrhundertereignisse. Wenn wir zwei Grad überschreiten, haben wir vier Grad auf Land, dann macht dieses 1,17 hoch 4, bedeutet eine hundertprozentige Verstärkung der Starkniederschlagsereignisfrequenz. Wir laufen tatsächlich gegen eine Wand. Und nur so ganz am Rande, wir haben genug Öl, Gas und Kohle gefunden, um die Welt um 15 Grad wärmer zu machen. Und das geht auch einfach immer weiter, wenn wir weiter CO2 emittieren. Das heißt, wir kommen an dieser Null überhaupt nicht vorbei. Aber genauso wie die Schreibmaschinen ausgestorben sind, werden auch die Kohlekraftwerke aussterben. Vielleicht, ich will noch einen Gedanken hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob der so gut zu dem passt, aber vielleicht berührt er das in Teilen mit ihrer Frage, wie können wir es eigentlich den Brasilianern kommunizieren, wenn wir selbst auch den Wald holen. Ich glaube, dass diese ganze Vision, die Ihnen vielleicht vorschiebt, dass die funktionieren kann, solange wir eben versuchen, das Problem rational zu lösen als Menschheit und uns nicht gegenseitig selbst zerfleischen, sozusagen. Da kommt dieses Thema sozialer Friede dann wieder ins Spiel. Herr Thorne, Sie haben recht gliederweise darauf hingewiesen, dass wir sozialen Ausgleich brauchen, weil uns sonst die Demokratie um die Ohren fliegt. Und genauso brauchen wir auch internationale Kooperation. Also auch eben Emissionshandel funktioniert ja nur als Abkommen zwischen verschiedenen Staaten, auf das sich alle geeinigt haben. Und in dem Maß, in dem wir jetzt wieder sehen, wie kriegerische Bestrebungen zunehmen, was sicherlich auch im großen, im Kontext dieses Rechtsrucks, den wir in den westlichen Gesellschaften sehen, den wir aber auch in nicht westlichen Gesellschaften sehen, zu sehen ist. Also diese kriegstreibenden Regierungen sind ja primär rechte Regierungen. In dem Maße müssen wir dann eigentlich auch zu so einem internationalen sozialen Ausgleich sozusagen kommen. Das heißt, da sehe ich sozusagen eine gewisse Gefahr, so gerne ich quasi es glauben will, dass es funktioniert, wie Sie es vorschlagen. Das beruht letztlich alles auf dem Glaube an den Sieg der Vernunft, sozusagen. Ja, auf eine Art stimmt das, aber nur mal ganz kurz. Ich weiß, dass wir in Europa und Amerika mittlerweile, nicht nur die Minderheit sind wir schon lange, aber die unglaublich kleine Minderheit auf diesem Planeten sind. Aber China ist der größte Emittent und China ist ein Flächenland. Und auch wenn man es aus China kriegt, man die Nachrichten nicht, aber die Physik macht auch vor chinesischen Grenzen nicht Halt. Das heißt, wir wissen, Chinas Niederstärksereignisse sind schon wahnsinnig angestiegen. Und China wird in den nächsten 20 Jahren 80 Prozent an Wirtschaft zusätzlich, also die Wirtschaftsschäden durch Überschwemmungen werden um 80 Prozent zunehmen. Das heißt, China macht gerade wahnsinnig viel Kohle, ist klar, aber auch wahnsinnig viel Wind und Solar. China hat im letzten Jahr so viel Solarenergie dazu implementiert wie die gesamte Welt vorher, im Jahr vorher. Das heißt, wenn wir diese drei Wirtschaftsblöcke haben, kombiniert mit dem Gedanken, dass wir kein CO2 mehr einführen über unsere Grenzen, dieses CBAM, dieses Carbon Border Adjustment, dann gibt es eine Chance, dass dieser vernünftige Weg gegangen wird, und zwar aus rein egoistischen Gründen. Gut, ja, das wäre schön. Aber es ist tatsächlich, dieses Feuerwerk von Wetterextremen, was wir gerade beobachten, beobachten wir nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa. 2003 oder 2002 war die Hitzewelle, 60.000 zusätzliche Tote in Europa. Die sind tatsächlich zusätzlich gestorben, die sind nicht einfach nur früher gestorben. 2019 nochmal das Gleiche. Ahrtalüberschwemmung, Elbeflut, es waren alles Jetstream mehr anderen. Es war alles ein Klimaphänomen. Gab es noch zwei Fragen? Gut, das war jetzt verzögert, das ist klar, weil auch die anderen Ausführungen einfach inhaltlich zu wichtig gewesen sind. Aber die Frage ist halt auch letztlich, wie kriegt man die Ängste in den Griff, die halt auch mit dem Stichwort Verzicht zusammenhängen. Das Problem ist ja auch so ein anthropologisches Problem. Wir sind endlicher als die Welt. Und dadurch, dass wir da nur ein paar Jährchen halt hier verbringen, ist natürlich diese Angst, was zu versäumen, auch durch Verzicht und so weiter, so schwer aufhebbar, dass ich dann halt auch immer wieder zweifle, ob dieser nicht umkehrbare Verzicht, ob es nicht daran da doch harpert. Denn jetzt auch gerade, wenn ich auch daran denke, warum jetzt die Populisten überhaupt so viel Zulauf bekommen haben, mir ist das dann spätestens klar geworden, als ich dann Dokumentarfilme aus Amerika gesehen habe, wie verzweifelt zum Teil diese Globalisierungsverlierer da gewesen sind und dass die dann in ihrer Verzweiflung dann halt diesem Trump da halt auch nachfolgen und den Wien-Heiland schon fast auch verehren, der sich aus ihrer Misere da rausholt und wahrscheinlich für einen weiteren Rückbau im Sozialbereich sorgen wird, sobald er dran ist. Das ist alles halt sehr schwierig, denke ich, über dieses endliche Dasein da halt, auch gerade bei den Verlierern, denen jetzt ein positives Angebot zu machen. So wie Sie das hier nochmal erläutert haben und ich teile auch da Ihre Meinung und tue da auch im persönlichen Bereich genau aus Ihrer Motivation her das, was ich als Einzelne tun kann, aber vergliche, dass man im Prinzip Leuten, die finanziell, sozial halt schlechter gestellt sind. Deswegen ist der Gedanke, dass man diesen Verzicht, also wie gesagt, wenn jeder Einzelne, der verzichtet, das ist was Tolles, aber ich würde den nie, ich will mal sagen predigen, wie das, sondern was wir machen müssen ist, wir müssen sowas machen, wie hier erwähnt wurde, wir nehmen für CO2, machen wir ja schon jetzt, nehmen wir Geld und dann geben wir das zurück an die Bevölkerung und zwar vollständig und zu gleichen Teilen, sodass die, die weniger emittieren, profitieren und die, die mehr profitieren, nicht profitieren und nicht verlieren. Und das, finde ich, ist ein relativ geradliniges, auch kommunikativ gut rüberzubringendes Konzept, das gehen könnte. Das stimmt, man muss aber schon ja auch hinzufügen, dass soziologische Studien jetzt sagen, dass nicht ausschließlich tatsächlich Menschen, die ökonomisch depriviert sind, diese rechtspopulistischen Parteien wählen, sondern dass es auch viele sind, die nur Angst vor einer möglichen zukünftigen ökonomischen Schlechterstellung oder einen Verlust des sozialen Status haben, sind. Also ich stimme dem vollkommen zu, also es muss Mechanismen geben, die für sozialen Ausgleich, eben für ökonomischen sozialen Ausgleich im Zuge dieser anstehenden Veränderungen der menschlichen Lebens- und Produktionsbedingungen sorgen, das sicher. Und gleichzeitig sozusagen löst es das Problem, das ich sehe, dass wir eben in einer destruktiven Weise miteinander umgehen in Gesellschaften, glaube ich, noch nicht komplett, weil so lange quasi weiterhin Kommunikationsräume da sind, in denen solche, sagen wir mal, destruktiv agierenden oder destruktiv kommunizierenden Akteure, die mit Angst eben Stimmung machen, sich frei entfalten, sozusagen so lange haben wir immer oder werden wir dieses Problem auch weiterhin haben. Also auch Leute, die das Klimageld bezahlt bekommen, können auch AfD wählen, um es mal verkürzt zu sagen. Vielleicht hängt das weniger, was Sie jetzt angesprochen haben, oder mehrfach angesprochen wurde, ja nicht nur am Materiellen oder am Geld, das sind ja Handlungsmöglichkeiten, die dann eingeschränkt werden. Und die können ja unabhängig vom Vermögen oder von der finanziellen Situation oder der materiellen Ausstattung Leute beschäftigen, also in der Frage, was dann weniger ist. Also das ist ja eigentlich die Sache, über die dann im Grunde genommen kommuniziert werden müsste in dem Zusammenhang. Ich glaube, ein Schlüsselwort ist auch Teilhabe, also dass das nicht etwas ist, was mir als Fremdes gegenübersteht, sondern etwas, wo ich auch daran teilhaben kann. Also was bedeutet das für mich konkret in meiner Gemeinde, die Energiewende? In Brandenburg zum Beispiel gibt es ein Gesetz, dass es ein Teil der Wertschöpfung aus den Windkraftanlagen in den Gemeinden bleiben muss, dass es eine Abgabe gibt. Das heißt, die Leute profitieren davon, wenn bei ihnen Windräder aufgestellt werden. Das hat den Widerstand gegen Windräder, der in Brandenburg mal sehr groß war, tatsächlich deutlich reduziert. Aber es ist nicht nur das. Also man sieht es ja auch bei Solaranlagen zum Beispiel. Da gibt es keine großen Widerstände dagegen, auch wenn die AfD offensichtlich in Brandenburg keine Flächensolaranlagen neu installieren will. Aber das ist ja auch etwas, was einsickert, dass man sieht es bei den Nachbarn, bei Bekannten, dass sie sich das installieren. Und das ist etwas, was sozusagen dann eher Teil vom eigenen Leben wird. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, damit umzugehen oder beziehungsweise eine Möglichkeit, eine Entwicklung, die dem, glaube ich, entgegenwirkt auch. Ja, Hannes Lebermann hat den Satz geschrieben in seinem Buch, die Lösung ist, nicht weniger zu machen, die Lösung ist, etwas fundamental anders zu machen. Und Ihre Fragen beziehen sich im Grunde genommen auf die Angst, dass dieses Anders nur eine andere Form von weniger sein könnte. Das ist ja eigentlich das Problem dabei. Und das kann mal durch finanzielles Schmerzensgeld für Windräder ausgeglichen werden oder was auch immer. Aber es funktioniert natürlich, der Mechanismus. Das ist klar. Es gibt viele Dörfer in Brandenburg, die aus diesem Grund weiterhin zustimmen. Oder wo die Zustimmungsraten zur erneuerbaren Energie natürlich gestiegen ist. Und das soll man wahrscheinlich als Argument auf keinen Fall unterschätzen. Jetzt gab es eine dritte Frage. Noch zwei Meldungen. Bitte. Vielen Dank, Herr Thorne, dass Sie das ins Spiel gebracht haben. Heute richtete sich der Fokus sehr stark auf die Frage, inwieweit die Politik gefordert ist, aktiv zu werden, anders zu denken. Oder halt aber das Nutzerverhalten. Ich glaube aber, dass diese Partizipationsfähigkeiten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen gar nicht so im Fokus stand. Das brachten Sie jetzt erstmalig mit ein mit der Möglichkeit der Gewinnabschöpfung auch durch Initiativen. Mich würde interessieren, wo sehen Sie denn noch andere Möglichkeiten der partizipativen Gestaltung von Teilen der Gesellschaft, um eben diesen Themen auch Herr zu werden. Weil ich glaube, dass die Hoffnungslosigkeit oft ein Resultat ist von Ohnmacht oder Bewegungsunfähigkeit. Ja, was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Also ich glaube gar nicht, dass man selbst immer an allem beteiligt sein muss. Das wollen auch gar nicht alle, das können auch gar nicht alle, weil das auch viel Zeit kostet. Das kostet Ressourcen. Aber es muss das Gefühl geben, dass Leute wie ich beteiligt sind an den Prozessen, die da gerade stattfinden. Und da ist zum Beispiel ein Bürgerrat eine Möglichkeit. Bürgerrat macht aber nur dann Sinn, wenn tatsächlich die Ergebnisse am Ende auch umgesetzt werden und nicht einfach in der Schublade verschwinden, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist. Bürgerrat ist eben auch eine Möglichkeit, sozusagen diese Logik der parlamentarischen Kleinkriege zu umgehen, weil sozusagen da Leute sitzen, die nicht gewählt werden, die da zufällig reingelost worden sind und die sich sozusagen nur mit dieser einen Sache auseinandersetzen unter Hilfe von Expertinnen und Experten, die sie dabei beraten. Also ich glaube, in Frankreich hat es ein bisschen besser funktioniert, da sind einige Maßnahmen umgesetzt worden. Ich würde sagen, dass tatsächlich die parlamentarische Demokratie da nicht sehr viele Hoffnungen macht und dass dann eher sozusagen basisdemokratische Modelle zu Erfolgserlebnissen führen. Und eben, dass soziale Bewegungen daran beteiligt gewesen sind und ein wesentlicher Impulsgeber dafür gewesen sind, ist, dass Deutschland aus der Braunkohle ausgestiegen ist oder zumindest so schnell aus der Braunkohle ausgestiegen ist. Es gibt nicht viele andere positive Erfahrungen oder sozusagen auf der Ebene, aber das ist auch sozusagen erwiesenermaßen eine Möglichkeit, mit Ängsten umzugehen, dass das eben nicht etwas ist, mit dem man alleine konfrontiert ist, sondern wo man auch kollektiv mit umgeht. Also das ist, gibt es gute Studien zur Atomangst, dass sozusagen Leute, die in Initiativen, Friedensinitiativen oder Antiatominitiativen beteiligt sind, dass die sozusagen niedrigeres Angstniveau hatten, dadurch, dass sie sich eben damit auseinandersetzen, gemeinsam und eben auch einen Lösungsweg haben, in dem sie sich eben engagieren gegen diese Form. Und das würde ich sagen, gilt für das Klima genauso. Ich denke mal, die Leute, die aktiv sind, die werden sich besser fühlen als die Leute, die sozusagen das von außen beobachten. Zielt Ihre Frage vielleicht auch darauf, auf welchem Level das stattfindet? Also jetzt haben wir in der Tat natürlich viel über große Zusammenhänge und damit auch sozusagen nationale Level oder Europa-Level gesprochen. Aber man könnte das ja auch darauf richten, wie sieht es in der Kommune aus zum Beispiel? Also das, was mir bei Ihrer Frage sofort einfiel, war das Beispiel Möggingen am Bodensee, eine kleine Kommune bei Radolfzell, die seit, weiß ich nicht, 30 Jahren klimaneutral ist ungefähr, weil die sehr früh auf einer kommunalen Ebene umgestellt haben. Die beziehen keinen Strom, die beziehen keine Energie, die produzieren Energie. Mit einer Mischung, glaube ich, aus einer Biogasanlage, das ist eine landwirtschaftliche Gemeinde. Ja, da wird viel Biogas produziert, das in Strom verwandelt wird. Die haben eine eigene kleine Pipeline gebaut in diesem Dorf, wenn ich das richtig erinnere, wahrscheinlich die kürzeste der Welt, zwei Kilometer und haben jetzt mit Solar das noch ergänzt. Das Nachbardorf heißt, glaube ich, Liggeringen. Das hat nicht diese landwirtschaftlichen Möglichkeiten und die setzen komplett auf Solar und sind auch seit ein paar Jahren klimaneutral. Und das Ganze wurde dort nicht von einer Politik verordnet, sondern das war auf einer kommunalpolitischen Ebene natürlich irgendwann ein Entscheidungsprozess. Aber das war eine Bewegung aus dem Dorf heraus, weil es Leute gab, die das vorantreiben wollten. Also es war sozusagen eine soziale Bewegung auf Möggingen bezogen oder auf Liggeringen bezogen, aber hat als solche funktioniert. Und das war das, was mir als erstes einfällt, auf welcher Ebene man das bespricht und ab wann die Prozesse eigentlich dann auch irgendwie schwieriger werden und wo man natürlich dann zu großen politischen Besteck greifen muss, wie Lieferkettengesetz und etc. Und wo das Gefühl der Teilhabe, das Sie angesprochen haben, vermutlich gar nicht so einfach zu haben ist. Also das war ein Gedanke, den ich hatte, als Sie die Frage gestellt haben. Es ging halt um den Mikro- und Makrokosmos, den ich einbringen wollte, von der kleinen Aktion im Supermarkt bis hin zu den großen weltpolitischen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber natürlich zieht die Frage auch ab, wo Möglichkeiten bestehen, zivilgesellschaftlich zu agieren, im Optimalfall auch die Entwicklungsdimensionen, Wirtschaft, Soziales, Politik, Bildung oder Medien auch zusammenzukriegen und Netzwerke zu bilden. Die Fridays wurden vorhin kurz mal angerissen, dass man halt da merkt, dass auch Zivilgesellschaft und Politik durchaus jetzt Brücken schlagen, um gemeinsam eben jene Utopien in die Realität umzusetzen. Ich würde mir nochmal zurückkommen auf das positive Narrativ. Nun meine Frage, wenn die Politik das nicht übernimmt, was ist Ihre Erwartung, wo es herkommt? Aus der Gesellschaft oder paradoxerweise vielleicht sogar aus der Industrie? Herr Thorne, Sie haben es eingebracht. Also es gibt ja diese Versuche, positive Erzählungen zu entwickeln, Erzählungen von solidarischem Verhalten, von dem guten Leben für alle. Und die kommen aus sozialen Bewegungen. Ich habe jetzt die Rolle hier, für die zu sprechen. Und soziale Bewegungen sind auch immer ein Faktor gewesen, um sowas auch zu popularisieren, um Ideen und Werthaltungen zu popularisieren. Also ob man jetzt an verschiedene Dimensionen von Gleichberechtigung denkt oder auch Nachhaltigkeit, das sind alles sozusagen Ideen, die über soziale Bewegungen in die Breite getragen worden sind. Jetzt gibt es auch dafür systemische Grenzen, also das solidarische Miteinander und das gute Leben für alle trifft eben auf sozusagen die Glasdecke vom kapitalistischen, patriarchalen, rassistischen System. Aber das ändert nichts daran, dass sozusagen diese Erzählung immer noch da ist und aufrechterhalten wird und auch immer wieder neu erfunden wird, wenn sich irgendwie auch Teile als nicht sinnvoll erweisen. Nehmen wir das als vorläufiges Schlusswort vielleicht. Wir können das Ganze fortsetzen. Ich schaue nach hinten und sehe, dass Sie dort Weinflaschen finden und innerhalb bestimmter Grenzen, Herr Lebermann, die komplette Freiheit haben, sich dort aufzuhalten. Ich bedanke mich für die Diskussion und wünsche uns noch einen schönen Abend dort hinten.